Bom, 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 bom. Hallo und herzlich willkommen hier zu Elden Ring. Ich bin vorbereitet, Leute. Ich habe mich gerade ausgeruht. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Sportler vor so einem Formel 1 Rennen, ein Rennfahrer. 30 Minuten isoliert, auf der Couch gelegen. Ein bisschen Musik, ein bisschen noch mal eingeschlafen. Jetzt bin ich wach. Ich mache auch Sport. Nachtvogel hat die letzten zwei Episoden nachgeholt. 10 Stunden. Großartig. Plus mit Tobi, Bobby, Nema, Zielpin, Mini. Alle am Start. Continue. Es geht erstmal in diese Festung. Da haben wir aufgehört. Und da sind wir jetzt auch. Zweimal Mini? Wieso zweimal Mini? Ja, Mini kann man ruhig mal zweimal nennen. Wir sind wieder beim Gewitter. Mini zum Quadrat. Der Quadraten-Mini. Also, wie heißt dies hier? Das ist Castle Sol. Castle Sol. Das gehen wir jetzt als erstes mal an. Hier nochmal die Erinnerung. Starker Typ. Prisoner hat viel hinter sich. Wir sind hier auf der Suche, laut der Aussage Bobbys, zur zweiten Hälfte eines Medaillons. Das eines Medaillons. Das ist so ein bisschen wie diese Orange-Nummer, Leute. Medaillon oder Medaillon? Orange oder Orange. Orange. Hier haben wir ja schon so einen Tiger kaputt gekloppt. Oder Löwen. Oder Katze. Du hast gesagt, hier gibt es die zweite Hälfte, um mit dem einen Aufzug in die richtige Richtung zu dödern. Glaube ich. Kann er sich nicht dran erinnern. Ich glaube schon. Ich glaube, das war vor zweistisch oder letztem Stream so. Da hast du mich nämlich komischerweise ewig irgendwo rumdödeln lassen unter einer Brücke bei den Aborigines. Und dann hatte ich da aber schon in Wirklichkeit alles eingesammelt. Und dann ist uns zum Glück eingefallen, dass das, was wir eigentlich suchen, hier zu finden ist. Das finde ich aber gut. Und dann ist es so gut. Das finde ich gut. Auch wie das hier aussieht, finde ich gut. Zu Dönern immer mit alles. Mit Tzatziki oder Schaf? Was ich nicht mag, ist Tzatziki und Schaf. Knoblauch, Soße und Schaf. Oder halt Tzatziki. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das sind die, die ich gar nicht mag. Das sind diese... Diese Schlitzer... Vögel. Die Schlitzervögel. Hm, Döner. Du bist länger um dieses Schloss drumherum geritten. Ach so. Ach so. Na dann. Da gab es ja auch noch einiges. Ach. Doch. Da gibt es tatsächlich noch einiges. Denn ich bin... Ich habe hier den Spielstand geladen. Ich habe auch noch... Ich habe tatsächlich eine Sache, die habt ihr jetzt verpasst. Hier bin ich schon tausendmal gewesen. Ne, wo war es? Hier bin ich einmal hingeritten, glaube ich. Und hier war noch ein... Äh... Wie heißen die Dinger? Golden Seed. Äh... Und aufgrund dieses Golden Seeds kann ich einen Upgrade machen. Ich habe ohne euch gespielt. Ich bin nur rumgeritten. Ich wollte einfach nur Elden Ring spüren. Die Wartezeit ist immer so lang. Ich habe hier eine Flask. Da können wir einen Charge jetzt hinzufügen. So. Also. 7, 6. 6, 7. 8, 5. 8, 5. Nicht mal mit YouTube nachgucken. Leute, ich bin da rumgelaufen. Und ich bin rumgelaufen und habe das aufgesammelt. Doch. Nehmer. Mega gern. Wieso? Was? Ich habe doch Nehmer gesagt eben, oder? Bei der Begrüßung. Die... Die trollt mich doch jetzt. Ich habe dich mehr als gern. Nehmer. Hi, Han-Olli. Grüß dich. Weil du Schaf nicht magst. Was? Klar mache ich Schaf. Im Döner? Nicht. Ach. Schaf. Ich mag Schaf. Ich liebe Schaf. Gott, oh Gott, oh Gott. Vor allen Dingen halt mit Knoblauchsoße. Oder halt Tzatziki. So klassisch. Neuz, ihr macht mir Druck. Wieso? Du bist Samstag am Start, Han-Olli. Da wollen wir dich performen sehen. Plusmit ist auch schon angeheuert. Ein... Äh... Ein... Platz ist noch frei. In der Back4Bloodstream nach Wahlgruppe. Hä? Ich dachte Melania. Niki, ich kenne die noch gar nicht. Das ist alles so Hörensagen. Und wir sind auf dem Weg dahin. Duh. Grüß dich. Schönen guten Abend. Hereinspaziert. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Dieses Hereinspaziert. Das ist auch irgendwo her gewesen. Does not open from the side. Oh, da ist ein Gemälde. Da ist ein Gemälde. Ich habe nicht den Schlüssel vergessen. Ich bin an zu viel Content vorbeigerast. Und mich hat keiner aufgehalten. Weil ihr alle zu beeindruckt war. Und dann habt ihr auch noch gesagt. Äh... Langweilig hier. Dein Easy Mode. Ein neuer Subscriber. Bums. Han-Olli macht Druck. Jetzt macht Han-Olli Druck. Ein neuer Subscriber. Filtert Phil. Fun Flasche Gerd. Passt ja fast. Fiber Flow. Michas 1E4. Ein neuer Subscriber. Und von Blankenburg. Von Ehren-Olli. Herzlichen Dank für die Subs. Ein neuer Subscriber. Der Subathon ist erst ab 10. Also wir spielen jetzt bis 10. Und dann gucken wir noch, ob wir noch bis Mitternacht machen. Ein neuer Subscriber. Der Hammer. Herzlichen Dank. Han-Olli. Dann gucken wir mal. Ob wir diesen Subs uns hier würdig erweisen. In diesem Turm. War ich hier? Ne, war ich nicht. Oh. Gleich einer. Die kommen mir vor wie frühere Endgegner, die hier gerade Standardgegner sind. Oder oben ist auch noch einer. Da hab ich doch jetzt was. Von Ratio vor. Piu. Ist der einfach nicht tot. Oh, Spinne. Tobi, viel Öl. Spaß im Blöck. Warum ist hier ein Krieger? Ja. 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 Oh, das kann er auch noch. Läuft. Han-Olli hat die Spendierhosen an. Thor-Frost-Boluses. Was machen die? Da guck ich vorher mal, wenn man sie schon kriegt. Inventory. Thor-Frost-Boluses. Alleviates Build-Up of Frost. Unterbietet meine vier Versuche für Millenia. Niki, das ist, äh, hört sich sehr beeindruckend an. Weil alles, was ich darüber bisher weiß, ist, dass das der schwerste Boss im Spiel sein soll. Mini, das ist eine gute Frage. Vielleicht kann dir da jemand helfen. Ich weiß es nicht. Schwach. Oh. Hm. Ich hab hier mal den Grace discovered. Likely Frost. Geh nie auf. Aber da war doch noch ein ganzes Schloss. Bin ich jetzt hier zum Endgegner geradelt? Oder mach ich den jetzt schon? Kann die reden? Ja, jetzt, wo wir grad mal da sind, da bleiben wir auch hier. Hallo. Ich sehe, wie funktioniert eigentlich das neue Nachrichten anpinnen? Hab ich grad angepinnt. Gesehen, oben. Von Bobby. Das ist ja cool. Ja, pinnt den Bobby mal an. Grandlife to the soulless bones. Bughead. By the way, still no love. Eclipse Shuttle. Hm. Hm. Hier ist kühl. Hey, die ist du. Grüß dich. Ich habe keine Ahnung, ob mein Bild einfach sehr vorteilhaft war. Oder was auch immer. Ich bin, weiß Gott, nicht durch das ganze Spiel so gegangen. Aber ausgerechnet Melania. Melania oder Malenia? Ich kenne die Frau noch gar nicht. Ich habe sie auf dem Foto gesehen. Die hing auf der Burg und hat Bobby gesagt, das wird auch noch ein lustiger Kampf. Hahaha. Hat er gemacht. Wie Bobby halt so macht. Ist es kalt in Elden Ring? Fragt Aquila. Erstmal hallo Aquila. Die haben mich noch gar nicht begrüßt. Joa. Hier geht's gerade. Hier ist es natürlich auch nicht warm. Ist ja viel Schnee. Das... Daraus schließe ich. Es sind unter... Ein paar Grad. Da komme ich da nicht hoch. Ich gucke erst hier. Hier sind wir ums Schloss geritten. Das war ein Spaß. Hm. Kann man sich jetzt hier fallen lassen? Try Range Battle. Except likely trap. Oh, ist es eine Trap? Bobby im Lurk? Oh. Na dann. Bobby, wir sehen uns dann. Später. Der kann doch nichts. Oh, what? Das geht mit dem. Bom, 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 bom. Ah, zum Glück habe ich hier rumgesessen. Falsche Richtung. Ach, da oben ist die Boss-Tür. Da gehe ich jetzt aber auch nicht weiter. Ich will jetzt erst nochmal meine Seelen holen. Meine Runen. Jetzt sagt der nochmal. Oh, great sun, frigid sun of soul, surrender yourself to the eclipse, grant life to the soulless bones. Sehen wir hier? Das sieht nicht so aus, wie das, wo ich eigentlich war. Da sind wir hoch. Hm. Das klappt doch wieder nicht. Sehr süßlich. Oh. Das tanken wir uns durch. Hi, Huddle Chris. Ihr Knechte des Elden Ring. Ihr Knechte des Elden Ring. Ja, wir sind hier schon ein paar Knechts. Knechts. Da sind wir ja schon rum. Dann kann ich jetzt... Weil wir ja wissen, dass wir da auch... Da ist auch noch eine Leiter. Die ist aber auch fair. Schachtelt hier. Jetzt habe ich den Salat. Nur da runterspringen. Rune Arc. Auch immer gut zu gebrauchen. Habe ich ja länger nicht mehr genutzt. Jetzt, wo wir nach so langer Zeit wissen, was das überhaupt macht. Das ist noch mal eine andere Stelle hier. Das ist nicht mehr unterhaltsam. Ahaha. Immer wieder lustig, wie die Ratten einen doch irgendwie so annagen. Einfach rein ins Rattennest. Der kann nix. Wer kann nix? Silpin. Ah, schaut. Das war das, von wo wir... hinunter kamen. Und hier wollen wir ja Ranged Battle machen. Oder ist das eine Trap? Ist ja schon lustig. Lustig. Tralalalala. Wenn man einfach nur wegrennt, spielt man ja auch nicht das richtige Spiel. Dem werden wir gleich mal zeigen, was ein Stunlock ist. Den meine ich. Gut, dass wir das geklärt haben. Rauf da. Das wird jetzt ja schon eine Herausforderung, an unsere Sälen zu kommen. Wir können ihn natürlich einfach besiegen. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Da ist alles weg. Ganz schlecht. Der... Also, wie soll ich denn gegen... Melania Trump am Ende gewinnen? Wenn der mich schon vorher so niedermetzelt. Hm? Hallo, im Spiel heißt das Blood Echoes. In dem Spiel? Das gute Blatt bohren. Darauf eine Rune. Hey, du hast in meinen Fuß gestochen. Lightboard kann ich zuzählen. Was sagt Jo dazu? Kann Jo mal jemand aus dem Lurk aufwachen? Der ist doch schon wieder im Chat und guckt zu und denkt sich, ach, ich kann den Stream bei mir hier auch einfach mal genießen. Da kann doch nix. Sag ich doch. Hätte ich das mal gleich so gemacht. Bums. Was für ein Troll. Einfach nur ein bisschen rumgeportet und nix gemacht. Ripp. Witzig. Geht nicht höher. Wie kann das sein? Wie kann er nicht höher als 737 gehen? Möge er in Frieden ruhen. Na, geht doch, Leute. Cerulean Amber Medallion plus one. Nicht mal bei den Medallions haben sie sich Mühe gegeben nach der Hälfte des Spiels. Cerulean was? Was ist das da, ne? Gut. Gut zu wissen. Haben wir. Haben wir. Springen wir jetzt hier. Runter hier. Das war doch bestimmt nur der Weg zum Medallion. Das hat sich ja mal gelohnt. Was ist das? 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 Wieso machst du das gleich richtig? Ich verstehe. Kein Wort. Mini, wovon sprichst du? Hier waren wir noch nicht. Das ist ja auch ein größeres Unterfangen. Aber eine schöne Burg. Schade, dass hier kein... Hier könnten doch Feste sein. Stellt euch doch mal die in Witcher 3 vor. Die würden hier ein Gelage feiern. Ich wollte gerade sagen, da liegt was. Aber hier liegt auch was. Zu dem Kerl, der dich platt gemacht hat, die du im Streck hast, sagst du, du musst es doch nur einmal richtig machen. Ja, das stimmt. Moin Jo. Sorry, dass ich dich geweckt habe. Ich bin wirklich untröstlich. Aber manchmal braucht man eben nochmal eine Hilfe vom Experten. Der Nightbot brauchte ein paar Schläge auf den Hinterkopf. Und, ähm, ich kann das ja nicht. Jo. Guck mal. Außerdem wollte ich, dass du mal wieder gebührend begrüßt wirst. Fandeggers. Das sind alles deine Fans hier, die Fandeggers. Gar nicht. Du hast A jetzt geschrieben und Moin zusammen. Halt! Ich werde beschossen. Oh. Oh, wie unangenehm. Okay. Save Spot. Hier. Save Spot. Das sollte mal hier einer hinschreiben. Hier. Time for. Nee, behold. 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 Save. Wie geht denn das nochmal? Hab ich schon lange nichts mehr geschrieben. Save. Sadness. Bad Luck. Hope. 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 Hope würde ich nehmen, weil ich es nicht mehr finde. Secret. Opportunities. Auch gut. Love. Confidence. Hier ist Confidence. Behold Confidence. Hier. Hier stehen. Und jetzt. Loretta's großer Bogen. Schön. Jetzt der. Ist nicht mehr da. hat er neben geschossen. Der Dussel. Oh. Oh. Moment. Eieieieieiei. Das ist doch eine Falle. Wo ist er? Da. Auch gut Mini. Dann. Dann hab ich auch das Elden Ring richtig gespielt. Missing Stone. Ein wunderschönes Gemälde. Wer würde sich nicht freiwillig in den Zockerraum hängen. Ich hab. Ich bin auch dein Fan, jo. Sorcerer Painting. Müssen wir das nicht auch immer finden? Und. Wie ging denn das mit den Paintings? Hab ich glaube ich noch nicht eins von gelöst. Sad Story. But true. Hallo. Ich bin's wieder. Oh. Hier sind wir. Hm. Niki. Das hätte ich aber gerne im Stream gesehen. Wie du mit vier Versuchen Melenia legst. Hi. Welches Bild hattest du denn? Dann baue ich das kurz nach. Dann ist das gut vergleichbar. Da ist ein Flieger. Dann hättest du mein verdutztes Gesicht im Stream gesehen. Aber wusstest du denn da auch schon? Du hast es ja viel früher durchgespielt als ich. Dass die schwer ist. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich kenne ja nur die Legenden. Die mir die vielen Tode hier erzählen. Falk calling finger remedy. Ist das ein Aufzug? Contraption does not move. Ich hatte zwei Katanas mit Bleed. Das ist schon mal gut. Weil ich habe auch Bleed. Und ich war auf den Kampf meines Lebens eingestellt. Aber am Ende war es nur Dienstag. Schön. Äh. Hier gibt es nur einen Dicken. Und der ist nicht dick. Den verstehe ich jetzt gar nicht. Blusi. Wenn du den noch erklären könntest. Obelix. Oh nein. Wie bin ich denn eben hier oben raufgekommen? Don't understand. Erstmal Hallo Mythos. Hallo Du Cesco. Grüß dich. hereinspaziert. Hier rein spaziert. Machst du dir gemütlich. Nimm dir ein Getränk. So ein ganz. Ist klassisch. Ne. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Nimm dir ein Getränk. Es gibt hier Gin Tonic. Cola. Von Jagge. Geschüttelt. Deswegen wenig Kohlensäure. Wo ihr gerade so schön beisammen seid. Huch. Geht es hier rechts. Ne. Donnerstag. Tunic. Freitag. Ava Racing. Simrc Cup. Samstag. Back for Blood Community. Stream nach Wahl. Volle Woche. Cook Zero von Korben. Das machen die LAN Party. Was machen die LAN Party? Grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Ja. Die LAN Party. Erstmal habe ich erfahren, dass auch die Northcon 2023 wieder am Start ist. Das heißt, das wäre auch eine schöne Alternative. Ansonsten habe ich noch nicht großartig weitergeplant. Es wird viele selbst installierende Installer geben. Und dann startet die Ava Versum LAN Party. Das ist so. Sag mal, Tunic war doch jetzt für dich doch auch wirklich, ganz viele Füllwörter, ein ziemlicher Hammer. Ich bin ja noch nicht durch, aber es ist jetzt schon der absolute Hammer. Du solltest dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance geben. Und wenn du mal nicht weiter weißt, mich fragen. In vielen Belangen finde ich Tunic besser als Elden Ring. Sind hier zwei, ja. Ach, der. Der von eben. Jetzt sind wir doch wieder genau da, wo wir waren, ne? Komisch. Wie bin ich denn eben hier hingekommen? Da bin ich doch durch den Haupthof durchgerannt. Der macht aber einen gewaltigen Satz. Wow, 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 wow. Schöne Perspektive. Die Füllwörter sollten betonen, wie hammerig der Hammer ist. Der Hammer hängt bei Tuning richtig tief. Richtig tief. So, dann renne ich doch mal jetzt durch. So wie ich das am Anfang tat. In der Hoffnung, dass ich wieder den Weg finde. Ein bisschen weitläufig ist es ja. Jetzt kommt der Vogel. Strauß. Ein neuer Subscriber. Bulli777 freut sich über ein geschenktes Abo des großzügigen Han-Olli, der heute mal richtig austeilt hier. Herzlichen Dank. Du hast nichts verpasst. Ein paar dumme Sprüche. Ist nur Eigennutz. Auch das noch. Tja. Dann, während hier rechts die Scheiße rausquält, rennen wir nochmal zurück, gehen in den Standardweg und gehen dann jetzt dort oben hoch Richtung Bossfog. Ich hab Bammel für Samstag. Wieso hast du denn Bammel für Samstag? Du musst doch nur ein bisschen nett im Chat sein und dann ist alles alles geritzt. Du wirst der beste Back4Blood-Spieler im ganzen Stream sein, der in unserem Team spielt. Mindestens. Oh, da oben ist noch was. Fuck. Mist. Ich wollte doch weitergehen. Wollte doch weiterziehen. Keiner außer dir hat das von uns doch so richtig gespielt bisher. Zum Glück ist das jetzt hier schon offen. Spielst du mit Controller oder PC-Tastatur? Äh, also, ja. Maustastatur wollte ich fragen. Ha, wie leicht das so rum ist. Da war ja nix mehr. Und hier müssen wir jetzt nur hochkommen. Hm. Da seh ich doch schon das Item. Was zum Teufel? Aha. Stormhawk-X. Mit so einer Axt habe ich Dark Souls 3 durchgespielt. Ungefähr. Roundabout. Xbox und Controller. Das ist gut. Du empfiehlst Melee. Ja, das ist ja oft. Ich erinnere mich, bei Overwatch war Melee auch bei den Gamepad-Spielern sehr beliebt. Nein. 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 So, jetzt mal ein bisschen Konzentration hier. Oh, dein E-Bike. Was hast du dir denn für ein E-Bike gegönnt? Tobi ist wieder da. Der Angriff scheint etwas zu stark. Wie der Angriff scheint? Welcher Angriff? Meiner? Keine Sorge. Der wird schon noch gleich als schwach genug auffallen. Wir lassen ihn da da leben. Jetzt fangt ihr nicht auch noch an mit diesem Gequassel. Erstmal hier die ersten 88 Stunden gar nicht gucken, Du Cesco. Und reinkommen und dann auch noch so einen doofen Spruch hier liefern. Das sind meine Waffe-OPs. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, es geht los. Find du mal eine richtige Waffe für Intelligenz und Gewandtheit, Beweglichkeit. Find da mal einer. Die können ja ausweichen. Die sind nur ein bisschen dämlich im Kopf. Das ist das Problem. Der nächste Dobe. Guck mal. Von wegen. Oh, oh. Der ist gar nicht zu heil. Außerdem. Ja, und dann noch nicht. Außerdem. Äh. Hatten die jetzt über ein halbes Jahr das Spiel zu patchen. Wenn das denen zu falsch wäre, hätten sie es längst gemacht. Die haben schon Waffen genervt, Leute. Wenn mich jetzt dieser Wolf hier fickt. Aber ein Souls-Game hast du schon mal gezockt, oder? Ja. Diese Ein-Attack-Kombo sind einfach OP. Dann werden wir ja schon... Oh, ein Stone-Sword-Key. Wenn wir ja gar keine Probleme mehr haben mit unserer One-Attack-Kombo hier. Wo geht's denn jetzt hoch? Wir müssen doch irgendwo den Elevator-Pitch machen. Damit der Boss-Run nicht zu lange dauert. Ist das hier der Elevator? Das ist der Elevator. Wir müssen aber noch eins höher. Hm. Habe ich immer mal vorgehabt. Aber Faktorio hat immer abgelenkt. Ja, so ein Pech aber auch. Da fällt mir ein Mythos hier. Mit Duccesco hast du einen ähm einen gedanklichen Bruder. Einen Bruder im Geiste. Ja, so sagt man. Einen Bruder im Geiste. Für Mythos ist auch Faktorio, glaube ich, das Nonplusultra. Für alle, die sich jetzt wundern, Mensch, dafür, dass der Duccesco eine erste Nachricht im Chat schreibt, kennt er mir hier den, aber gut. Der war auch mit Grünkohl essen letztens, als ich euch erzählt hatte. Als ich Grünkohl gegessen habe und danach viel zu müde war, um Tunic zu spielen. Wo geht's hier hoch? Muss ich hier runter? Wenn ich hier runtergehe, dann bin ich doch aus dem Schloss draußen. Das kann nicht stimmen. Warum haben die denn die Leiter versteckt? Fülle er sein OP-Saft auf. Ich fülle. Unten ist er nicht. Das ist ja jetzt aber schon merkwürdig, wie man hier hinkommen soll. Ich werde ja wohl kaum hier mein Pferd beschwören können. Schön, dieses Fenster. Ah, hier? Ah, hier. Komm schon her. Oh, das war ja gemein. Dabei stand das da doch. Kein Zuckerschlecken, die drei. Wir machen erst mal Licht. Haben eigentlich alle, alle, die die zehn Stunden jetzt zum Teil nachgeholt haben, wir haben gar nicht den Mond bisher vernünftig eingesetzt. Er war ja auch leicht underwhelming. Rani's Dark Moon. Und wir sind ja auch kurz davor, den großen Mond zu schlagen. Opa. Komm, komm, rechts. Komm, komm, links. Komm, links. Ah. Der konnte nicht links wie rechts, rechts wie oben, oben wie unten. Da hat er 30.000 Runen mal eben neben dem Blödmann liegen lassen, weil er Panik gekriegt hat. Ah. Ah. Der ist wirklich ein gemeiner Hund. Der Papacke. Guckt, das war zum Beispiel so fies, da haben sie noch ein Savepoint extra im Castle daneben gepatcht. Wo kam der denn her? Ach, der. Bin ich ausgewichen? Ach, zwei gleich. For good measure, my friends. Glück hat er mit dem Steigen von Treppen ein paar Probleme gehabt. Fuck. Mein Saft. Mein OP-Saft. Heal with the Moon, my friend. Ha, 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 ha. Das war gut. Hat mir gut gefallen. Feinished Knight. Altered Serialized Great Armor. Ah ja. Zum Glück muss man nicht an den beiden vorbei, sondern lässt hier schön den Elevator runter. Zack. Um's. Vielleicht wie nach laada. Die Frage ist, bleibt er dann jetzt auch unten? Aber weiß es nicht. Wir machen ja eh First Try. Aber erst gucke ich hier noch. Praise the Earth tree. Oh, Madness. Oh ja, schön. 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 Wollen wir mal wieder eine Geste machen? Äh, wie ging denn das nochmal? Wie gingen Gesten denn nochmal? So. Da entlang. Ja, gefällt mir nicht so. Keine schöne Geste. Nee, haben wir hier keinen guten ausgesucht. bin ich aber gespannt, wer hier ist. Sehr gut, ich kann mich beschwören. Gegen Commander Daniel. Das ist schon mal gut, das ist schon mal hervorragend. Ach, zwei von denen. Unangenehm. Dann kann ich auch verstehen, warum guck, den stunlocken wir gar nicht. Das ist ein Problem. Jetzt, der kriegt ne Moonshower, kriegt der. Bumms. Uff. Das fand er uncool. Der hat ein bisschen was von Radar, aber ein Mini. Cool, mein Freund hat auch den Mond gemacht. Wollte gerade sagen, easy, wenn ich jetzt nicht sterbe. Fuck. Ein schöner Mond. Oh, oh, Commander Daniel. Mein Freund hat doch noch Commander Daniel umgehauen. Was zählt das jetzt? Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Er hat ihn ja noch umgehauen. Kommt er dann noch? Das ist ja jetzt spannungsgeladen, Freunde. Oh, nein. Das ist ganz beschissene kacke. Oh, ich hab ihn umgehauen. Was umgehauen ist, ist umgehauen. Aber haben wir die Runen jetzt da gekriegt oder nicht? Das ist ja eine weirde Situation. Sieht aber so aus. 124.000. Nice. 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 Nice first try, Leute. Aber der Rib zählt. Gegen den Rib kann ich nichts mehr haben. Wir haben ein Level up und werden wieder intelligenter. In der Hoffnung, bald den vollen Mond auf unsere Gegner zu schießen. Der Mond war der Bringer gerade. Der hat echt gut auch Schaden gemacht. Wir haben immer erst noch nur eine Great Runes. Das ist so enttäuschend. Wo sind bloß die anderen Great Runes? Level up. Nein, nicht Faith. Intelligence. Zwingt mich nicht, den Chat hier öffentlich aus dem Stream zu nehmen, Freunde. Das ist ein Stream der Feierlichkeiten. Meine Tortur der ersten 60 Stunden wird nicht durch den Dreck gezogen durch eure Nachrichten. Sonst können wir mal sehen. Dann nehme ich mein Geweih ab, nehme wieder den S-Dock in die Hand und dann schauen wir mal, wie lange wir noch Elden Ring spielen. Oh, gute Idee. Dann dauert es ja noch 100 Stunden. So, jetzt habe ich aber gar nicht das bekommen, was ich dachte, was wir gekriegen. Ist das vielleicht in dem Tod jetzt vielleicht nicht aufgepoppt oder müssen wir es hier oben noch aufsammeln? Mimik 7, das finde ich cool. Das ist Episodentitel. Ich habe ja diesmal wieder, ich bin ja wieder vorbereitet. Mimik 7. Mimik 7, großartig. Wer sitzt da? Lord Mikella, forgive me. Lord Mikella, the sun has not been swallowed. Our prayers were lacking. Your comrade remains soulless. I will never set my eyes upon it now. Your divine Halleck tree. Das klingt ja deutsch. Heilig Baum, heilig tree, Halleck tree. Ja, okay. Aber das scheint ja dann tatsächlich gut zu sein. Halleck tree, secret medallion zu linken. Und damit, liebe Freunde, haben wir bei den Schlüsselgegenständen beide Seiten des herrlich tree, secret medallion. und können damit den Grand Lift of Rollt in eine möglichst andere Richtung lenken, als wir es bisher tun. Können wir hier runterspringen? Ja. Ist nur nicht klug. Vielleicht wer war denn jetzt nochmal Lord Mikella? Ich beame mich mal kurz hier raus. Wo ist der Grand Lift of Rollt? Da, ne? Ne. Da. Na? Wer hat's gesagt? Ich weiß auch nicht, wovon er spricht. Ah ja, hier gab's auch einen coolen Kampf. Haben wir hier nicht einen Endkampf übersprungen? Apfelsaft. Mh, lecker Apfelsaft. Hier ist irgendwas anders. Seht ihr? Ich wusste es doch. Irgendwas wurde vergessen. Irgendwas wurde vergessen. Ist das geil. Aber das ist eine wunderbare Gelegenheit, hier nicht unseren Freund zu 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 machen. Halt! Der Mond ist noch nicht fertig. Oh! Oh! Der macht aber Schaden. Hier! Hier können wir hin. Mimic 7 ist am Start. Oh, lass mich doch mal in Frieden. Ich bin doch nur hier um Monde. Wenn ich immerhin den Schaden reise im Düssel. Hui. Hui. Halt. Guck mal, den Schaden. Ich geh mal zu dem anderen. Ist das angenehm. Das ist jetzt nicht so schwer wie sonst. Das stimmt schon. Aber dann ist es ja umso passender, dass wir jetzt den schwersten Gegner im Spiel aufsuchen. Warum blinkt der? Opi. Mimic 7 hat es geschafft. Ein Hoch auf Mimic 7. Wie ich mich aber erinnert habe, dass wir hier schon, das fand ich gut, dass wir hier jemanden übersprungen haben. Ich glaube, auch hier sind wir nur durchgerannt und haben noch gar nichts erforscht. Hier ist aber auch eher wenig. Ja, Melania, Malenia, wie auch immer. Okay, Malenia wird wohl erst in 7 Wochen drankommen. Wieso? Ach so, weil ich jetzt erkunden wollte. Es gibt noch viel. Ich wollte eigentlich nochmal gucken, was jetzt diese Türme machen. In der Hoffnung, hier den, ah ne, das war der, den wir gefunden haben. Aber davon gibt es ja noch mehr. Den hier zum Beispiel. Divine Tower auf Limgrave hatte ich mir noch auf Agenda geschrieben. In der Hoffnung, dass wir noch ein paar Great Runes finden. Und ich wette, es gibt noch mehr Tower. Hier. Ne, das ist Converted Tower. Hier ist auch noch ein Tower, habe ich gesehen. Guck mal, da ist auch noch Lenners Rise. Nie gesehen. Fort Fareth. Auch nicht da gewesen. Also, Fort Fareth, Lenners Rise und die Weintower auf Limgrave wäre die Frage, ob wir das noch machen. Ob wir das vorher noch machen. Meinungen dazu bitte jetzt in den Chat. Oh, guck mal, hier ist der Fingerreader, Crane. Ja, 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 hier, bitte. Oh. Wir machen eine Umfrage. Topsen hat gesprochen. Community, Stream Manager, Abstimmung verwalten. Neue Abstimmung. Frage. Erst die drei Türme oder Mi, 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 Me, Ali, E, Ania. So, ihr habt fünf, drei, fünf Minuten. Umfrage, beginnend. Umfrage ist begonnen. Splitscreen aber links, will ich rechts. Moment. Links. So, wie Heustmedaillen, da. Soll Mimic 7 erst die Tower erobern oder weiter Richtung Endgame? Na, Endgame wäre ja jetzt zum Fire Giant gewesen. Das steht gerade noch nicht zur Auswahl. Ah, ich habe noch eine Menge Feuer. Erst habe ich mir schon gedacht, dieses Hellichtree wird ja bestimmt nicht direkt einfach Melenia sein. Oder Malenia oder wie auch. Wenn wir sie sehen, werden wir den Namen gewiesen. Es war schwer auf dem Bild zu erkennen. Es ist die Stadt in den Himmeln. Hä? Samo Ruins waren wir auch nicht. Sind wir jetzt nicht einfach den Weg nach oben gegangen? Ich hätte jetzt eher gedacht, es geht nach unten. Für. Ja, woher soll ich denn wissen, welches das richtige Medaillon ist? Ich konnte nur Medaillon Heusten sagen. Dann gehen wir nochmal zurück und gucken, wie wir Geh mal zum Aufzug und lese den Tooltip. Machen wir das. Wie viel Intelligenz haben wir denn jetzt? Ein, ein Level fehlt noch. Oh, Moment, das können wir doch dann aber jetzt machen. Das wäre doch Quatsch. Das wäre doch sonst Quatsch. Inventory. Das ist der einzige richtige ist das Schweinemäherjungen mit Pfeffersauce. Ein großer Moment. In dem wir intelligent genug werden, wenn wir noch eine Rune gegessen haben. Wo ist er? Memorized Spell. Dann die Carry and Retaliation benutzen wir eh nicht. Oder doch, oder nicht, oder doch. Weiß es nicht. Wo ist der, wo ist der Mond? Habe ich was nicht richtig gemacht? Haben wir uns die noch nicht geholt? Moment. Rannis Darkmoon braucht auf einmal 68. Brauchte der nicht 60? Der kleinere von den beiden Monden? Sous Vide, bitte. Was ist denn? Sous Vide. Mondment. Mondment mal. Ach geil. Mondment mal. Großartig. Was sagt der Label Table of Lost Grace dazu? Ich habe hier doch was dupliziert. Aha. So wird ein Schuh draus. Rennalas Full Moon noch nicht abgeholt. Ach und hier haben wir jetzt auch Remembrance of the Natural Born. Wäre sogar auch was gewesen. C Intelligenz Scaling und D Decks Bastards Stars. Ein Flegel. Und Ash of War Waves of Darkness. Nice. So. Die drei Türme wurden gewählt. Freunde der Sonne. Ihr wollt ihr wollt alles sehen. Ihr seid hier in diesem Elden Ring Stream um einfach nichts dem Zufall zu überlassen. Memorize Spell. Das finde ich gut. Das ist gut. Renala. Rani. Rani ist weiter rechts als links. Und Rani's Moon braucht auch mehr FP. Ich sage euch mal was. Es kann sein dass Rennalas Full Moon schlechter ist als Rani's Dark Moon. Full Moon und Cold Dark Moon. Aber wir wollen beide. Da lassen wir jetzt nicht mit uns reden. Der Olle Great Bow. Ja doch den lassen wir da. Bombs. Beide Monde. War ja auch deutlich schwerer zu holen. Ha. Mon Dieu. Ja wir werden die Sachen mal miteinander vergleichen. Gut. In diesem Fall ist es auch klar wo unsere nächste Aufgabe ist. Nämlich A. Wie kommen wir da hin? Können wir hier zum Limgrave zur Limgrave Tower Bridge und dann da hin reiten? Wir werden sehen. Rani und Rinala. Da hin ist der Turm der besprochene Turm. Ich kann hier nicht reiten. Wir haben das bestimmt schon mal versucht. Das ist ja hier nicht schwer zu finden. Ah dann waren da die Giganten und dann war mir das doch bestimmt zu blöd oder so. Gut aber die sind ja jetzt keine Gegner. Rinalas voller Mond. Tatsächlich ganz ähnlich. Ah das war das. Boah da war gut Schaden gemacht. 2400 und der Dark Moon? Ah ja ist ja gut. viel weniger. Holy das ist aber krass. Rinalas voller Mond ist viel stärker. Warum ist der jetzt umgekippt? Der ist einfach umgekippt. Der ist ja. Wenn wir hier einen Gegenstand finden fünden wüssten wir dass wir noch viel lang gelaufen sind. Aber ich glaube ich glaube wir haben die schon mal gesehen. Oh. Okay. Operation Mimic. Ah was geht hier denn jetzt? War das das war bestimmt das letzte Mal noch nicht aktiviert. Dafür musste man ja auch irgendwas machen dass die hier aktiviert sind. dann sind wir bestimmt dahin und waren dann konnten dann nicht weiter. Ah ja. Storm Hill Turm 1 wir kommen. Why is it always turn back? Nein! Doch wir dürfen ihn aufmachen. Wissen wir auch nicht womit das zusammenhängt dass wir jetzt hier Türen aufmachen können die für andere ja offensichtlich verschlossen blieben. Oh das ist natürlich straight forward hier. Ist die noch irgendwo runter? Nein. Weil du den Boss besiegt hast der zu dem Turm gehört. Welcher war das? war das der der Bibliothekar Freund? Der mit dem Flammenkopf? Äh jetzt sagst du was wer ist denn der mit dem Flammenkopf? Ich erinnere mich vage aber wie oft haben wir den denn schon besiegt? Ihr wisst schon wegen der repetitiven Gegner-Designs Hui wo gucken wir denn hin? Da waren wir auch ewig nicht da müssten wir auch mal vorbeigucken es gibt ja so viel was wir nicht mehr weiter verfolgt haben Dein Wesen ist halt ein Türöffner Oh 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 Aha Endlich eine Great Rune Der mit dem Flammenkopf Der mit dem Flammenkopf Ich brauche Oh Wir brauchen eine Bildschirmaufnahme Godric Ja Das ist mir uns passiert dagegen diese Ripp aber der war ja relativ am Anfang da hätten wir recht früh zurückgehen können ne Ja an die Attacke erinnere ich mich auch Schmissingstone So geil die Mücke So haben wir den nicht besiegt Ich sehe aber keinen Flammenkopf Oder ist das erst in seiner zweiten Phase Ja auf jeden Fall erinnere ich mich an den Ach das war Poison Haha sehr gut Sehr gut Ergebnis ansehen hier nochmal War aber deutlich Leute Deutlich dass ihr nicht wollt dass ich da hingehe Am Arm hängt der Drache Godric's Great Rune Legen wir die doch mal an Aber das überrascht doch jetzt euch auch ne dass Rinalas Full Moon gerade so viel mehr Schaden gemacht hat als Rani's Oh Da sieht jetzt was falsch aus Das stimmt Aber lustiger Effekt Also hier haben wir bei Radan Welcher Moment Welcher Gegner ist denn von der Story her stärker gewesen Das war doch Radan oder nicht als Godric Weil hier kriegen wir Maximum HP FP und stamina was ja wirklich viel wert ist Raises All Attributes kann halt alles sein ne Und wir wissen auch nicht um wie viel Wir wissen dass unsere Intelligenzgrad 1 äh 70 ist also könnten wir es mal anlegen Und jetzt auf Status gucken 70 Dann ist ja doch nicht so viel Achso die muss ja auch noch aktiviert werden mit einer Runark Okay und jetzt alle um 5 wenn ich das richtig sehe Okay wir lassen die jetzt drin und beim nächsten Mal wechseln wir aber wieder auf Radan Geil Und was sieht jetzt falsch aus Achso Ah du meinst ob Renala oder Ja das kann natürlich sein Das kann natürlich sein So als nächstes Lannis Rice aber wir starten hier weil ich mich nicht mehr erinnere was Gurang ist Aber nach 88 Stunden kann man sich auch schon mal nicht mehr an jemanden erinnern Der Blob Was wollte der haben? Deathroot Geben wir ihm Ah ja Will mehr Mehr Tode Bastial Vitality Öh Okay Ist das etwas was wir haben wollen? Ist das Das war doch bestimmt so ein Faith Quatsch Jo Faith 12 Heals HP Nicht sinnvolles So Oh nein Ich weiß warum wir hier weggegangen sind Das ist wieder sowas wie Runny's Rice Und Rice Und Rice Kocher Und wo ist das was wir finden müssen? Und wo sind die drei Oh Das haben sie kaputt gemacht Ach du liebes bisschen Und nun? Normalerweise sollen wir drei Wise Beasts Also drei Schildkröten finden War da gerade schon eine? Sah gerade noch so aus Jetzt hat mich natürlich Rani's Rice Komplett Verunsichert Was für eine geile Lichtstimmung Hier gerade ist Die hatten wir vorher Auf der alten Grafik gerade nicht Oh ich sehe komisch aus Leute Hör mal Ich kann die Kamera gerade nicht gegen mich Irgendwas stimmt mit Die Augen sind komisch mit der neuen Rune Das gefällt mir überhaupt nicht Bäh Oder ist das wenn ich so eine Great Rune geschluckt habe Hör mal hier hochspringen Einfach hier drauf kommt So wird's sein Scheiße auf die Tür Eben Ich sag's noch Jumping Oh Jumping Eben Jetzt rein in den Innenhof Oh Das war nicht der Innenhof Die bauen das doch nicht daneben Wenn das nicht Die Lösung ist Nein Da muss ich hin Das war nicht der Innen Und den Das war nicht der Innen Was Da ist ein Balkon. Wie kommen wir da drauf? Ha! Haha! I solved it. Oh. Hi. Shit. Das ist Rani's Moon 215 und Rinala. Bisschen mehr. Insgesamt problematisch. Muss ich das überhaupt töten? Will ich das überhaupt töten? Das scheint harmlos und lange zu dauern. Ist das der Geist? Wie geht's? Wie geht ihr das Siegel auf? Wenn der jetzt weg ist. Nee. Hm. Viele Seelen hat's auch nicht gegeben. Krustete Kristalle. Gluck gluck. Ah, wir sind schon nach oben gefahren. Hi. Ein Memory Stone. Der ist jetzt gar nicht mal so blöd, weil wir ja mit beiden Monden gerade rumspielen und die so viel einnehmen. Okay, dann haben wir das aber. Dann wäre noch die Frage hier nach Fort Ferris. Ah, ich verstehe eure Taktik, Leute. Ich verstehe eure Taktik. Ihr wollt, dass ich erst spät zu Hellich Tree und Millennia komme, damit's dann spät ist und ich dann um 23.30 Uhr noch sage, Aber schon viel zu müde bin. Ja, ich hab euch durchschaut. So, euer Star kommt. Er ist da, Wartke, beschworen. Die stecken aber ganz schön ein. Junge, die geben auch richtig Ruhn. Tausend Ruhn pro Fledermaus. Sind aber auch eklig mit dem... mit dem ganzen Poisonieren. Da oben ist ein Item. Noch ein. Und hier blinkt es auch. Ich sehe überhaupt nichts. Ah. Was haben wir denn da? Das ist eine Ash of War, glaube ich. Auf jeden Fall ein güldendes Item. Da kommt man wie ran? Von oben runterfallen lassen. Ja. Okay, wir müssen erstmal auf diese Scheune hier drauf. Ich dachte, das ist ein Castle. Hier unten drin war ich auch schon mal. Ja, hier ist eine geöffnete Truhe. Hi. Ja, da sind die Dudes. Da sind die Dudes. Kann ich jetzt was Cooles machen? Er ist der Held. Er. Moment, das kriegen wir doch schöner hin. Ich präsentiere Mimic. Ah, war wie... Mimic 7. Mir gefällt das Original besser, aber eben das eine. Ein neuer Follower. JPW TSF. JPW TSF, ich grüße dich. Schön, dass du reinschaust. Willkommen bei Elden Ring in Stunde 90. Und mit Level 125 oder schlag. Was weiß ich, was haben wir für Level? 127. Mach's dir gemütlich. Nimm dir ein Getränk. Schön, dass du dem Kanal folgen möchtest. Wen hast du denn da schon wieder umgebracht, Mimic 7? Und warum sieht er Gegner und ich nicht? Der spielt ja echt sein eigenes Spiel hier gerade. Das wäre auch cool. Ein Spiel, wo jemand, wo eine AI, einen Souls-like spielt, aber man permanent nur derjenige ist, der hilft. Das ist doch mal eine geile, innovative Spielidee. Wieso innovativ? Da spielst du doch gerade. Wenn ich den Gag mache, könnt ihr ihn nicht machen. Da, ein Mond. Epic. Mimic ist schon ein bisschen geil, dass er halt auch alles belzert. Das wäre ja schon stark genug, wenn er einfach nur da wäre und mit der gleichen Waffe zuschlägt. Und er hat ja nicht nur die gleichen, er hat ja alle, die ich besitze. Also, er hat seinen eigenen... Den hier habe ich ja gar nicht ausgerüstet. Achtung, Mond von rechts. So, hier ist aber gar nichts. Noch einer. Ah, Moment. Na klar. Jetzt kommt doch das hier, sich runterfallen lassen. Aber wohin? Wohin lassen wir uns fallen? Da. Descent. The Dark Descent. Die Ratte. Er geht schon wieder ab, hier. Da war eine Ratte! Wir müssen da rechts... ...vorbeischimmern. Schippern. Oh. ... ... ... Radagons Saurseal. Ein Talisman. Die mögen wir ja nicht so. Guck mal, wenn man die alle drei nimmt. Ich verstehe halt das Increases Damage Taken. Verstehe ich einfach nicht. Man müsste es wahrscheinlich mal ausprobieren und alle drei nehmen und gucken wie viel mehr Schaden man nimmt. Das ist dieses Ausprobieren was ich immer so ungern mache. Standardgegner sich vorstellen, wo man nicht stirbt. Alle drei Equipen und dann halt mal gucken. Ja, dann machen wir das. So, aus der Nummer kommen wir ja nicht hier ohne weiteres raus, außer zu klettern. Oder ist hier noch was? Ne, ne. Fort Ferris war Fort Ferris. Dann war der Da war meine Frage ja, ob es da unten noch weiter geht. Das sieht nämlich ja so aus. Das würde ich direkt Bobby einfach mal oder irgendjemand, der im Chat ist und weiß das, was er jetzt sieht, ob es da nicht doch weiter geht. Das, oh, das ist eigentlich auch ein super ein super Vergleich. Wir lassen uns einfach von dem hier einmal treffen. Hier ist ja dieser Gegner. Im Endeffekt die gleichen Gegner, die wir gerade in der Burg hatten, ne. Nur als nur als echte Gegner. So. Einmal pieksen, bitte. So. Nein. Ach, okay. Das waren zwei Piekser. Zwei Piekser sind knapp die Hälfte. Und wir müssen zweimal ungefähr draufhauen, um ihn umzubringen. So, jetzt machen wir dasselbe Spielchen nochmal, aber mit den drei Teilen. Dann bin ich gespannt, wie viel mehr Schaden ich kriege. Welche nehmen wir denn raus? Earth Trees Favor? Das muss ich mir merken, sonst vergesse ich es. Earth Fav Plus eins. Das können wir nicht wegnehmen, aber hier Great Raven School und Carrion Filigreed. Voodood! Es wären 15% mehr Schaden genommen pro Talisman. Erstmal herzlichen Dank. Schön, dass du reinguckst. Das ist die versprochene erste Nachricht vom guten Sören. Der Sören wird demnächst mal mit mir streamen, Leute. Also begrüßt mal alle gut den den Voodood 93. Eine lebende Legende. Weil hier im Stream. 15% das heißt wir kriegen jetzt 30 45% mehr Schaden. Da bin ich schon sehr gespannt. Das packe ich mal auf eins. Stargazer Heirloom So und jetzt hier alle drei. Zack. Das das Cannot equipt Talisman as an incorpital Talisman is currently equipped. Man kann nur zwei davon nehmen. Also wir kriegen 30% mehr Schaden. Nehmen wir den wieder dazu. So jetzt mal was kannst du noch mal. Hi Dude. Hey Zapp. Cool. Zapp auch wieder am Start. So. Oh. Was geht denn da? Das war aber schon mehr Schaden als eben. Soll ich zweimal piksen lassen bitte? Piks mal. Piksen. Ja. Kein großer Unterschied finde ich. Oh. Das hat aber nichts mit den Talisman zu tun. Shit. Ja was streamen wir bald? Wollen wir das verraten? Verraten wir noch nicht. Ist eine Überraschung. Es waren vier Treffer. Das ist was anderes. Das hätte mich vorher auch getötet. Aber der Schaden den wir machen der war viel mehr. Fand ich. Okay. Uuuuh. Shit. Sag ja nicht, dass das mein Bild ist mit diesen Dingern. 1.003. 1.003. Ich merke mir nochmal 1.003. Gucken wir mal wie viel weniger schade ich mache ohne die Talismane. Mimik ist gerade nicht beschwörbar. Aber ihr könnt mal die Frage beantworten ob es hier da unten noch was gibt. Weil da kann man halt hinrennen. Da sind die zwei Gegner und dann kann man sich ewig fallen lassen. Und ich weiß halt nicht was man da machen soll. Das ist das wo ich in The Lost Levels hieß die Episode. Das war glaube ich Episode 31. Wo ich mich frage wie man da diese Asche anfeuert. Ja. Equipment. Weg mit den Dingern. Und ich hatte oh Gott Grave jetzt hätte ich mal geschrieben Grave in School das ist Sorceries und das andere ist Carrion Filiz Moon of Noxtella Increases Memory Slots Auch nicht schlecht. Charged Spells and Skills Godfrey Icon Ich habe wahrscheinlich tausendmal bessere Sachen Charged Spells ist doch genau unser Ding. Der Moon ist ein Charged Spell den nehmen wir. So da unten ist ein Boss. Gut Bobby das wollen wir hören. Hat wieder nicht gezählt gerade. Ich weiß nicht du kannst den Nightbot raus machen und wieder reinschicken. Das kannst du machen. Ansonsten probieren wir es nochmal. Oder Zahlen wir können ja auch die Zahl gerade einfach immer rein tippen. Du kannst jetzt einmal 7 4 3 einfach tippen dann haben wir es ja merken uns das. Ich habe das Gefühl so mache ich mehr Schaden. So du sagtest hier unten sei ein Bomb does not open from this side ist halt das Problem. Und jetzt kann ich hier runterspringen und dann kriegt man das hier irgendwie angezündet. Oder wo geht es weiter? Weil da geht es nicht weiter und hier links ist eine Falle. Auf die Falle ich nicht nochmal herein. Das fällt alles auseinander. Hi 3M! Ah Ah Ach, diese Lügner immer. Eieiei. Das ist ja nicht cool. Wupp, wupp. Message. Ist es laufen oder springen? Es war springen. Ist es da überhaupt richtig? Muss man von da nach da? Man weiß es nicht. Hätte ich da gemusst? Man weiß es nicht. Kann ich mich nicht hier einfach runterfallen? Da war es jetzt laufen. Zum Glück bin ich mit Super Mario aufgewachsen. Know something? Know something? Ich hoffe da unten ist noch ein Bonfire, ansonsten wird es ganz schön egelig, oh. So. Wähle dich, Runnys Moon. 1200, nicht schlecht. Tschüss, der fällt. Ja, was? Erinnert mich volle Granate an... Bloodborne, diese Dinger. Oh! Ah, der geht nach oben. Kann ich dann die Tür gleich aufmachen? Halt, warum sind hier alle tot? Da ist ein Gegenstand, da hinten, da ist ein Gegenstand. Da ist die kaputte Brücke. Warum sind hier alle tot? Gucken wir uns mal einen tot an. Oh, hi. Na? Ich schlug noch was. Wir haben uns kaum kennengelernt, ich war vom Mond so geblendet. Jetzt ist der Mond OP, ne? Ihr habt auch immer was Neues. Rune Arc. Aber keine Tür. Ich hatte gehofft, dass hier jetzt... eine Tür sich uns eröffnet. Müssen wir jetzt nach da, oder was? Oder hier, oder wo, oder wer? Geht's jetzt von da nochmal anders? Runter. Da geht's auf jeden Fall runter. Da sind wir ja eben lang. Da könnten wir jetzt wieder lang. Hm. Schwierig. Die Spannungen. Es ist spannend. Ich könnte jederzeit runterfallen. Ah. Ah. Ein Unclimb. Haben sie schön versteckt. Schön versteckt. Schöner, schöner Spruch an Oli. Der gefällt mir gut. In Elden Ring gibt's nichts OP, nur schwache Gegner. Oh. Ich wollte jetzt aber gar nicht ganz nach oben. Boah, da können wir aber nochmal runtergehen. Wenn man die nicht findet. Bestimmt frustrierend. Try Ladder. Hm. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Anscheinend war das doch richtig, wo ich eben war, ne? Ja, den hab ich jetzt vorgehabt. Wo landet er denn? Er landet aber auch nicht richtig. Die Frage wäre also, ob es möglich ist, es zu schaffen, wenn man wirklich gerade runter geht. Huh. Und? Puh. Puh. Mimik, der kann das? Ich glaub... Puh. Boah, das ist brech. Ist es. Danke Tobi. Danke. Lost Grace Recovered So Boss Gottskin Apostle haben wir doch schon mal besiegt Sogar mit derselben Musik, die war gut Das ist nicht das Problem Die Moon Show Boom Da konnte der Soundtrack nicht mal richtig aufspielen Nix OP Das ist einfach die Beherrschung des Charakters Ob ich jetzt nackt bin Und da rumrenne und die Spells mache Jetzt der Treasure Chest God Slayer's Great Sword Aber schön, dass wir da waren So, dann Zeige ich mich damit zufrieden Dass wir diese drei Türme Gemacht haben Und können nun zurückkehren To the Grand Lift of World Nacktspells machen Mit welchem Zauberstab Die 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 Switch Hoist Secret Medallion Oh Gott Das ist aber auch nochmal versteckt So Kleiner Hinweis Es streamen geht bis 10 Dann haben wir Dingsbums Äh Subathon Bei Kofi 1,50 Euro 1 Sub Oder auch sonstige Paypal Donations Auf die Im Chat aufmerksam gemacht werden Werden den Stream Immer um 10 Minuten verlängern Bis maximal Mitternacht Prost Ein neuer Subscriber Das hat er sich gut ausgedacht Das hat er sich gut ausgedacht Das hat er sich gut ausgedacht Danke Danke Voodood 22.10 Uhr Darauf habe ich gewartet Jetzt sitzt der da von seinem PC Ich mach mal Licht an Jetzt kommt die Die schwerste Die schwerste Passage Passage Und Gegner Der Gegner Des Spiels Des Spiels Aber immer noch dieselben Geister Hier Marlene macht das nach Die kam einmal rein Als ich das gespielt hab Dann hab ich gesagt Hier sind Geister unterwegs Und jetzt rennst du abends immer rum Und äh Sag Ich bin ein Geist Hidden Path To the Hallechtree Kann man denn den Mimic Rufen bei Marmilenia Okay Kann man ja nicht bei jedem Boss Gibt ja auch The Beast Eye Quivers Was bedeutet das? Was ist The Beast Eye Quivers? Letztes Mal hat es mir schon jemand erklärt Ich hab es wieder vergessen Bitte erklärt es mir nochmal Das ist doch die Kacke Dass die nicht sterben Ne? Nervig Oder doch? Oh die geben aber Dicke Schön dass mir auch niemand sagt Dass wir natürlich gerade Den Level Up vergessen Und man kann sich gerade nicht porten Super Den gehen wir erstmal da hinten hin Die ist doch noch jemand anacji Das ist doch nicht so großartig und dann geht er und dann gut Das ist doch nicht so großartig und dann geht es mir nurum schon geil, wie man sich selbst in den Mond legt. Es ist auch schon so eine alte Dragonball-Fantasie nochmal. Also Anime-mäßig ist es schon gut gemacht alles hier. Schon auch gut gemacht. Und wir haben auch wärmende Steine am Start. Irgendwie das Gefühl, die FP sind gar nicht mal so viel, aber ich glaube, es liegt eher daran, dass die Lebensleiste so lang ist jetzt. Son Goku war auf genug Tod, mein Lieber. Das ist so ähnlich wie mit Star Wars. Am Ende ist Luke Skywalker gar nicht der Held gewesen. Was ist hier? Jumping required ahead and then seek precious item? Glauben wir dem? Mit 140.000 Seelen, während daneben rote Dinger sind? Nope. Wobei ich zugebe, dass es da hinten so aussieht, als könnte man da rein. Also da. Ich finde den seriös. Xyltos sagt Ultra-Instinkt. Danke. Aber mit 140.000 werde ich mir trotzdem nicht gehen. Warte mal. Was macht er denn? Oh, er ist nicht mehr da. Jumping required. Und was sagt der? Und die sagen das beide. Ach, da. Wir kommen hier im 2S. Ja, gleich. Hier ist bestimmt... Hier ist bestimmt gleich was für uns. Oh, und... Der ist auf was draufgesprungen und hat sich Schaden... Ach, nee. Da hat der Schaden gemacht, der da drunter war. Oh, ho, ho. Die sind klein und schnell. Zum Glück haben wir Abstand. Da ist noch... Da steht noch ein Feind drin in diesem... Oh, Mann. Wisst ihr, was ich gerade gut fände? Eine Grace. 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 Also für mich ist es more than spannend enough, Bobby. Das ist gerade so, als würde man ein... Ah, sehr gut. Äh, so ein... Ähm. Ein Dungeon rückwärts spielen. So kommt mir das gerade vor. Labeloup. Äh, was machen wir denn jetzt? Intelligent genug sind wir. Vielleicht gehen wir dann doch mal wieder auf... Dexterity machen das auf 40. Für mehr Schaden. Nehmen mehr Lebensenergie. Oder Stamina. Könnten wir, glaube ich, auch noch ein ganzes... Ganzes Tucken gebrauchen. Damit wir... Ich glaube tatsächlich Endurance ist das, was wir brauchen. Endurance 20, 25 am Ende. Gut. Mit 49.000 werde ich hier runter springen. Ein neuer Subscriber. Survivor. Oh, Bloodloss. Moment. Da bringt jemand Spannung rein. Tot. Danke, Han Olli. Xyltos direkt ausgestattet. Sehr, sehr gut. Äh, Last Grace ist, glaube ich, in Ordnung. Äh, da freut er sich bestimmt. Und, äh, die Sache geht mindestens bis 20 nach 10. Achso, Han Olli hat gefragt, was denkst du vom Dead Space Remake? Dead Space Remake? Kommt das auch noch? Ja, ja, stimmt. Es kommt ein Dead Space Remake. Und halt jetzt Callisto-Protokoll. Schon ganz bald, ne? Äh, Callisto-Protokoll werde ich wahrscheinlich spielen. Das wird wahrscheinlich das nächste große Grusel-Abenteuer auf dem Kanal. Wo es wieder, wo ihr mich wieder anschreien könnt, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Ist ja nicht mehr lange hin. Was ist hier? Secret Passage. Guck mal, die stimmen aber auch nicht. Der hat 390 Appraisals. Ach, du meinst Callisto. Das ist nicht ein Remake von, äh, Dead Space Remake. Äh, von Dead Space, tatsächlich. The Beast Eye Quivers. Hat mir das jetzt einer erklärt? Nein, hat er keiner erklärt. Wow. Wow. Wow, der Mond macht fetten AOE-Schaden. Ein neuer Subscriber. Bobby Ballazil-Pin eine rein. Ist die Waffe der Mondschleier? Äh, sounds familiar. Könnte also sein. Ich guck gleich mal, ob die so heißt. Was geht denn mit diesem Doom hier jetzt? So. Achttausend Crit. So, ist hier noch ein Gegner. Ähm, die Waffe heißt Moonveil. Das, äh, klingt ganz nach Mondschleier, ja. Wenn wir hier jetzt sterben. Aber es ist schon... Guck mal, warum ist es hier offen zum Beispiel? Oh! Und man ist... Nein! Nein! What? Ein neuer Subscriber. Danke, Tobi! Brrrr! Ich hab... Sind wir jetzt schon bei 22... 22, 40 oder 30? Ich hab nicht aufgepasst. Seid mal ehrlich kurz. Seid mal kurz ehrlich. Und wie laufe ich jetzt weiter? Ho-hi! Jage! That was unexpected. Okay, wir sind bei 40, danke. Danke, danke. Ähm... Moment. Äh, ich weiß noch, wie ich das... Wie... Ich geh... Wie... Souls-Profi. Äh... Die können weg. Wie viele hab ich denn von den Dingern? Das ist nicht, was ich suche. Ich hab doch... Irgend... So Billigsteine, da. Nur acht? Ja, das... Hu-hu-hu-hu-hu! Silver Scarab? War es ein Schild oder ein... Medaillon? Raises Item Discovery. Ah, wenn man grindet. Oh, stimmt. 80% Hypetrain, Leute. 80% Hypetrain. Gut. Hier sind... Hier haben wir... Ah... Oh, unangenehm. Da ist auch ein Item. Gibt's irgendwas, was den Weg komplett zeigt? Irgendeinen Effekt, den ich machen kann? Das doof ist halt... Guck mal, da steht auch jemand. Am Ende steht ein Raum mit Kral. Meinst du jetzt... Äh... Ist das eine Indie-Jones-Anspielung oder... Topson würde mich ja nie spoilern. Sacramental Bud. Verdammt. Das ist... Das ist noch nicht gut. Mimik vielleicht? Äh... Wie sollen wir denn hier der Mimik helfen? Hier scheint ja ein ganzer Floor zu sein. Aber sobald ich einfach rumrenne... Guck mal, da ist auch jemand tot. Guck mal, das könnte natürlich sein. Ah! Oh, wie? Ah, hier geht's tatsächlich runter. Okay, das stimmt schon mal. Das stimmt. Keine Chance. Ich... Kann man's vielleicht an dem Effekt von dem Schwert erkennen? Nee. Geh ich da runter? Anscheinend. Heroes' Rune. Ich glaub, wir haben mit 200ern auch wieder... Oh, du bist dabei, deinen Rekord zu brechen. Und dann kommt Eichhorn um die Ecke. Und schenkt Centani Blau ein Abo. Vielen herzlichen Dank dafür, Eichhorn. Damit sind wir bei 50, 60... Sind wir schon bei 23 Uhr. Dann können wir ja schon wieder eine ganze Weile... Zockern. Können wir da durchschießen durchs Fenster? Einen Abend aus dem Lörg. Nein, wir können natürlich nicht durch Fenster schießen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Geht Mond durch? Auch nicht. Tja. Die Frage ist, wie komme ich denn von hier jetzt weg, ohne zu sterben? Ich kann ja auch nicht porten, ne? Das sehe ich richtig. Das ist natürlich gemein, ohne Ende. Ah. Ah. Da hat sich jemand was dabei gedacht. Nein, 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 nein. Shit, 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 shit. Ein neuer Subscriber Gleich Ein neuer Subscriber Okay Der Abend ist voll Leute Herzlichen Dank 3M Tobi Ballert Herzlichen herzlichen Dank Ein neuer Subscriber So Nein Ui Ui jetzt kommt Zapp rein Wir sind auf Rekord-Cours Sehr Dankeschön Wird auch gleich ausgestattet Dafür dass ich freut Bella Morde Und 3faches M hat glücklich gemacht Cracky Geil Cracky Mit dem mach ich demnächst auch einen Stream Leute Auch noch ne Überraschung EveryPossible Ich schwarze Green Mungo Ich weiß was oben lag Oh nein Oh nein Ich hab Keinen Mana mehr genommen Oh Oh Moment Was geht jetzt Das ist immer noch der Typ da oben Seit wann macht der denn solche Aktionen Back mit dir Der Chat Scrollt nicht mehr weiter Zu viele Aktionen Da ist doch noch was Und Fang Oh und ein Leber Somewhere A heavy door has opened Das ist tatsächlich Das ist tatsächlich Danke Horstix Danke Für den Cheer Das ist tatsächlich ein Dungeon Das hat sich nicht nur so angefühlt Ein Dungeon Falsch rum zu gehen Das ist ein Secret Dungeon Den man aber nur Sieht Wenn man halt Den Diese Secret Passage da findet Die übrigens super geil designt Für uns Nicht nur durch diese Nachricht die auf dem Boden war Sich zu erkennen gegeben hat Sondern wir wurden ja ganz gezielt Dort angegriffen Als wir vor dem einen Vor dieser Reling Will ich sagen Standen Vor dieser Von dem kleinen Abstand Der offen war Und wenn man von dort getroffen wurde Fiel man ja tatsächlich Dann auf diese unsichtbare Barrikade Äh Weg Will ich sagen Ja Weg Weg heißt es Und Wassermarsch Auch ganz wichtig Dann trinke ich noch Einen zweiten Schluck Oh Okay Das ist aber Das Ende davon Talisman gibt es hier noch Das ist eine Kerze Ich bin ganz durcheinander Liar Secret Passage Nope Geht das nach oben Ja Okay Oh da war Da war nochmal was Ich mach mal Mach mal dicht an Guckt mal Das ist jetzt glaube ich Das Wo man sonst hingegangen wäre Wenn man nicht da runtergesprungen wäre Spelldrake Talisman Spelldrake klingt nach uns Spelldrake klingt nach Dir, mir, uns Uh Nehmen wir den da Weg Vastly Boosts Magical Damage Negation Also wenn uns viel Magie Schaden macht Dann werden wir das anlegen Schon plus zwei Das sind Items aus dem Äh Das sind Items aus dem New Game Plus 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 So ist die Frage Ist das jetzt das Wo sind wir hier Hm Wieder was anderes Jetzt sind wir da oben rausgekommen Ich suche ja immer noch da Wo wir eigentlich hingelatscht werden Wenn wir gerade Oh Hä Consecrated Snowfield Okay Ich bin tatsächlich rausgelaufen Das ist aber super Weil ich glaube Wir kriegen ein Level Up zusammen Hm Mit einer Heroes Rune Da muss ich mir nicht so viel Kopf machen Jetzt um den Boss Zwei Zwölfer Was macht hier 7500 Das reicht doch Müssen wir nicht mal die Heroes Rune nehmen Bloß nichts riskieren Ja Entschuldige bitte Dass wir hier Safe spielen Wir brauchen noch Oh 6000 Das sind aber noch einige Level 3 Hypetrain Emote Zeigt mal her Was ihr habt Tutut Was ist denn das Was ist das Das sieht aus wie eine Schere Von unten nach oben Eine Eule mit brennenden Augen Tatsächlich Oh Gott Das könnte der Nächste Gegner werden So Mehr Endurance Ne Jetzt machen wir Vega erstmal voll 40 Ich plane was mit Intelligenz 70 Dexterity 60 50 Keine Ahnung Vega 40 Klingt jedenfalls nicht verkehrt In der Vergangenheit War Vega 50 Am Ende immer gut Für genügend Lebensenergie Bei Bloodborne Dark Souls Und Co Jetzt sind die Gegner Natürlich wieder alle da Das könnte ein Problem sein Jetzt ist allerdings Zum Glück Alles andere Schied egal Und wir kennen ja den Weg Auch ein Vorteil Hammer Da haben wir was hingeworfen Das bleibt doch da Hm Okay Man muss sogar hier runter Boop boop Let's go Mimik vorbereiten Ganz wichtig Sonst seid ihr Ihr seid ja Fans Ihr seid ja Fans Stray mimikt hier Noch eine Kommt Macht ihr erstmal Euren Mimik Battle Freunde Was ist das hier Für geiler Scheiß Was wartet denn hier Für ein lustiger Battle Drei Aber Aber Black Flame Monk Amon Ach das ist ja witzig gewesen Das war spannend Das kann ich doch nicht wissen Wer hier unten ist Mann Das ist das schöne Deathroot Das ist doch wieder das Was der Heini wollte Ne Aber ein bisschen Bin ich Bisschen bin ich Enttäuscht Ich dachte Hier unten gäbe es jetzt ein geileres Item Außer eine Deathroot Wollen wir die mal abgeben Vielleicht Vielleicht sagt er ja Yo Das Ist das beste Stream ab 18 Wieso Das habe ich gemacht Achso Sehr gut Oh Der kriegt auch den Tag nicht voll Ash of War Beasts Raw Na gut Besser als nix Dreifaches Aber Stimmt Three Three Ava Wir bleiben bisher aber bei Mimik 7 Als Episodentitel Das ist ziemlich eindeutig So Und jetzt Lesen wir einmal Was hier steht Time for Dung Vigilance Seek Light Familias Vespair Aha Hier hat jemand Leuchtsteine Verteilt Hallo Show me the path Oh gentle lights The promised path To the hellish tree Ich sag extra hellish tree Damit der deutsche Bezug da ein bisschen drin ist Wir brauchen doch nur hier jetzt diesen Steinchen folgen Das ist doch relativ offensichtlich Und schwupps Stehen wir bei Mimilania Malenia Vor der Haustür Bup Und ein Grace 53.000 Achso Weil wir Wie viel bringt Eine Hero's Rune Probier es doch aus Wir sagen dir überhaupt nichts Ja To gain an abundance Of runes Take the power Of its namesake Via finger reader Der hatte ja Einen ziemlich coolen Flegel Den wollte ich eigentlich erst kopieren Aber dafür kann man den auch vorher benutzen Von daher Aha Inventory Ah gut Wir kommen Eigentlich nett ran Fehlen genau 10.000 Ja 10.000 Hab ich hier jetzt aber auch nicht rumliegen Wir brauchen irgend so einen einfachen Gegner Dashing through Dashing through the snow In the one horse open sleigh All the fields we go Die wollen auch nur Weihnachten feiern Ah Ich hab den Weg verloren Da war es Die nächste Schneckenschlange Oh Target lock Ah ja Komm her Sombosmithic zone Ein Nebel hier Ich sag's euch Das ist verkehrt Obwohl da hinten ist Schon wieder ein Steinchen Der hat seine Brille verloren Das ist so eine Patrouille Warum sind die denn auf einmal so stark Wer macht dir das Horn an Ich dachte grad Wo ist das Schiff So wir haben genug Äh Runen Kriege ich den Weg zurück hin War das so weit Warum suchen Die MS Ava läuft ein Wird immer kleiner Level up Ich finde jetzt passt Dexterity 36 Ganz hervorragend In unsere Level up Strategie Okay Jetzt erkundet es sich wieder Ganz ungeniert Nomadic Warriors Cookbook Warum haben wir das grad nicht gesehen Und wo sind Ah kennt ihr das Das ist wie Mit dem Autofahren Da kam ein Geist durchgeritten Wenn man das Licht anmacht Sieht man weniger Im Nebel Mein Gott Ja Oh what Wer bist du denn Tschüss Kommst du nochmal wieder Oder Wenn er nicht tot ist Kann ich hier doch auch runter Blue Silver Male Skirt Oh das klingt gigantisch Ah ich wollt grad sagen Ist das nicht ein Endgegner Ist er weg Jesus Diese Nebelsuppe Ist ne Geile Scheiße Man hätte bei den Steinen bleiben sollen Ach zwei Okay Lassen wir diese 12.000 Rund Also gegen zwei davon Wollte ich jetzt nicht Kräcki Ist er wie auf dem N64 hier Hast du vollkommen recht Ja Wir sind in der Nebellandschaft Ganz ganz weit In Elden Ring Und jetzt werde ich mich Doch an den Straßenlaternen Die hier zum Glück Aufgrund des Geringen Strompreises In der Welt von Elden Ring Noch an sind Werde ich mich Daran orientieren Und deswegen nicht An viel zu viel Starken Gegnern Versinken Schön von Licht Zu Licht Kann uns nichts passieren Das hab ich nur Für Kräcki gemacht Falls er das nicht Gesehen hat Vorher Wie gut das aussieht Wenn ich von hinten Steche So das ist die Patrouille Die hat ja manchmal Hinten ne Schatzkiste Oh Das war Allerletzte Ah das sind die Samurai Sag mal das ist doch Fuck Das ist doch Eins zu eins Wie in Limgrave Die Gegner Und alles Sealpin Wir machen dir Den Marker Sealpin Ist gegangen 22.19 Hat das denn Geklappt Habt ihr auf Youtube Eure Marker Alle gefunden Nutzt ihr die Gut Jetzt weiß ich Warum Bobby Gesagt hat Ich weiß gar nicht Ob wir die heute Noch finden Das ist in dieser Nebelsuppe Ja tatsächlich Nicht ganz so Einfach Können natürlich Durchsprinten Aber Na gut Sehen wir auch Nicht mehr Diesen blöden Warrior Will ich jetzt Will ich es jetzt Aber zeigen Erstmal die beiden Die sehen ja auch Nicht mehr Hunde sind eh Nervig Vielleicht lass ich Den Mond los Wenn ihr so Weitermacht Die kriegen den Mond Ah ne Ich hab keinen Nein Ganz schlechte Idee Aber es reicht Leider schon Wenn sie anfangen Zu tröten Jetzt ist das Ding hier Wecke So wir kommen Aber hier auch Nur dran An den Schatz Wenn der vorne Anhält Dafür muss der Anhalten Alles stärker Anstrengend Leute Sehr gut Nein Ah Fast Hatte ich es doch Schon Nein So der Yeti Ist gekillt Die geben aber auch Gut Runen Himmel Hilfe Was ist das Golden Runen So der ist ja schon Am beten Das heißt es könnte Reichen Für die Kiste Hinten Ja Saint Trina's Torch Das klingt erstmal Nach etwas Was wir nicht Einfach so Nicht benutzen Kommt das Sah doch Unique genug aus Dass ich es mal sehe Da Cause a sleep Build up Macht leider nicht Irgendwie Dass man den Weg Sieht Der wartet ja Nur darauf Dass ihm die Seelen genommen Wow Die tun dir immer noch Leid Ja Ja nun Was haben wir hier Eine güldene Sie Ein güldener Samen Der güldene Samen Hier sind wir gut Wo Ah Wir müssen einfach Das ist doch einfach Ist aber schon Großes Gebiet Wir wollen doch Dahin Dann haben wir Die Karte Das könnte Das könnte zu tief sein Auch wenn ich Nach unten blicke Verschwendet Hier gibt es sogar noch Guide and Gatekeeper For those returning to the roots Wie haben wir die eigentlich noch mal aktiviert Dass die den Achso das war es schon Gut Ach da Da ist ein Hier ist eine Höhle Die holen wir später Hier liegen unsere Seelen Unsere Ruhen Ist uns aber gerade egal Hi Only A little Further Now Show Me The path Oh Gentle Lights The path To Elphail He Viele ihre brillen hier verloren So wir gehen jetzt den direkten Weg Zur Karte Und ich wette Das hat sich From Software gedacht Die Leute wissen inzwischen Die das jetzt spielen Dass sie sich einen Marker setzen können Dann Rennen sie aber in drei Endgegner In einer Reihenfolge Da sterben wir garantiert Wenn wir da runterfallen Wir müssen den Weg schon runterfinden Vielleicht sollte ich die Straße suchen Ja Sehr gut Wir sind auch wieder beim Lichtpfad Ein bisschen weiter rechts Das sieht gut aus Das sieht sehr gut aus Wir sind unterm Nebel Und das sieht ja geil aus Was ist das? Seht ihr das? Ja hier könnte es auch sehen Da Ja Schöne Gegend Möchte ich nicht wohnen Aber Map Consecrated Snowfield So sieht es hier aus Hier ist anscheinend Irgendwas mit einem Invader Da mal fotografieren Mit einem Schatten Taschen voller Akkus Ja Schön Eterna würde ich hier wählen Dann sieht der Nebel Noch krasser aus Hier ist anscheinend Die Äh Dieses Hier ist noch ein Baum Aber wir müssen doch Garantiert Hier hinein Oh Gute Nacht Ximorx Ximorx 22 Uhr 28 Bitte finden sie ihren Marker Unter dem YouTube Archiv Im Kommentarbereich Oder Velvia Damit der nächste Rausdruck Schöner wird Oh Ich darf nicht weiter Reiten Warum Two handen wir denn gerade Oh 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 Invaded Invaded Wieso werden wir Invaded Da kommt sie schon gelaufen Halt Sehr gut Der Stunlock Funktioniert Die Waffe Kenn ich Sehr gut Naja Die ist nicht Auf uns vorbereitet Recusant Who the fuck Is a recusant Somba Ancient Dragon Smithing Stone Ist das Maximallevel Für unsere Waffe Geil Und hier haben wir noch Eine Ash of War Wenn ich sie Treffen würde Kommt der nochmal wieder Ah die sind so schwer zu treffen Endlich mehr Schaden Jaja Das ist schon wichtig Auch So Wo kommt der lang Da 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 Müssen wir geduldig sein Wollen wir das haben Ist das eh Quatsch Ich weiß es nicht Der ist unsichtbar Für alle die jetzt gerade zusehen Und nicht wissen was hier passiert Und wir müssen Im genau Richtigen Zeitpunkt Zuschlagen Das war schon mal Käse Kommt er wieder Ja Entschuldigung Fürs Schreien Ash of War White Shadows Lure Wollen wir unsere Seelen Noch holen Unsere Runen Wo liegen die denn Na ja sie sind ein bisschen Bisschen weit Jetzt auch weg Bisschen weit Das können wir weg machen Ab Ab dafür Hier erkunden wir nächstes Mal Jetzt Versuchen wir In diesem grünen Diesen grünen Runen Was tolles zu vollbringen What Der geilste Bogen Schütze aus ganz Limgrave What Geht mit dem Zum Glück Kann er nicht reiten Oh der ist lustig Ich mach nochmal Licht an Fuck Awkward Pillage Wo habe ich ihn denn jetzt besiegt Hier Versuchst du gerade deinen OP-Angriff Einen Wolf zu besiegen Oder was machst du denn Ohne Ohne Ordina Liturgical Town Die Liturgie Elden Rings Wird gesprochen Am heutigen Abend Von Bobby Aber das Upgrade Mach ich Das ist Ehrensache Welcome Oh Wir können unseren Mimik Ein bisschen stärker machen Das ist glaube ich nötig Oh jetzt Und jetzt dürfen wir Nichts mehr Dürfen wir nichts mehr Verbessern Spannend Jawohl Damit geht es nochmal Das Dex Scaling Auf B Und wir machen nochmal 13 mehr Schaden Das ist ja Das ist ja auch nicht die Welt Wenn man schon mal was auf Plus 10 machen kann God Slaying Armament Und haben wir jetzt Um einen Gott Zu Boden zu bringen Was ist hier mit der Ash of War Mal angenommen Wir würden jetzt Irgendeine Standard Waffe nehmen Keen Urumni Guck mal Das ist hier Cold Urumni Ist was für uns Aha Okay Bin ich hier denn richtig In Ordina Euer Subscriber Fri Weber Kommt um die Ecke Fri Weber Danke für deinen Prime Sub Mach es dir gemütlich Wann war es das letzte Mal Bei Bei Elden Ring dabei Sind ja jetzt Einige Stunden gewesen Ich hoffe du Kannst Oh Michela's Lily Nachvollziehen Wo wir hier sind Wenn nicht Stellst du einfach Eine gute Frage Vielleicht wo gerade Das Interesse so hoch ist Nochmal die Erinnerung Wenn ich Elden Ring Und so ist ja die Die Wette mit Bobby auch In diesem Jahr noch Durchspiele Gibt es dann auch Den Stream Wo wir alle Videos Von Vati Vidya Gemeinsam durchgucken Um uns die Schöne Handlung Von diesem Titel Erklären zu lassen Das gehört dazu Das vergessen einige Bei uns ist das Ganz ganz wichtig Wichtiger Bestandteil Des Let's Plays dann So es ist linear Wir können hier gar nicht Woanders hin Oh mach keinen Mist Was ist das jetzt Hi Ich wollte hier eigentlich rein Ja so kann man es sagen Ist das ein Gegner Das ist doch ein Stones So ein Gargoyle Das lassen wir uns nicht hingehen Light the four figures In the Evergoal Machen wir Light the four figures In the Evergoal Evergoal Everjowl Everjowl war glaube ich richtig Wir suchen jetzt also Gerade vier Fackeln Türme Ja Das hier Vier Kerzen müssen wir an Zünden Wow Nice Du Arsch Ich seh nix What Fuck Hat sehr schön sich ausgedacht Wie soll ich gegen den Verdrücklich kämpfen Hero Praktiker in Endring Sind immer besonders gründlich Der ist ja OP Wie unfair Den kann man ja gar nicht sehen Oh Gott Okay und wir müssen immer rein ins Everjowl Tja Mimik Genau Mimik könnte Mimik hat aber nicht Ach und dann geht das hier auf Verstehe verstehe Invigorated Invigorated Cured Meat Wie weit ist denn der Bereich jetzt Die Kerzen sind doch hoffentlich Alle in dieser Stadt Wow Wow This is gonna be fun Kann ich ihn bestäuben Mora Sohra Will ich ihn sehen Oh Mist Ah. Erstmal gucke ich, ob ich die Kerze wieder anzünden muss. Nee, die bleibt anders schon mal gut. Tschüss. Nee, ich höre dich. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich suche Kerzen. Ah, man kann die nicht reiten. Tup, 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 tup. Hier ist auch einer. Da links ist die Levelgrenze. Hier bin ich gestorben. Lustig. Sieht ihn ja anlaufen. Hier ist eine Leiter. Ganz entscheidend. Fuck. Ah, schau. Ah, schau. Ah. Ich würde mich ansprichern. Ich werde dich schlafen. Ich würde mich ansprichern. Ich würde mich ansprichern. Ihr macht ins Kuchen. Und wenn ich einen Kuchen kümmere, dann gehe ich mal. Ich würde mich ansprichern. Und wenn ich den Kuchen fange, Ich würde mich ansprichern. Das war sehr effektiv. Spielst du auch Pokémon Cracky? Das war sehr effektiv. Sound Alert Scream Used Zurück und aufleveln? Nö. Der wird taktisch besiegt werden müssen. Der Schaden reicht ja aus. Ich muss das halt nur 10 mal schaffen, was ich gerade 2 mal geschafft habe. Ich habe noch nie ein Pokémon. So, wir haben die zweite Kerze. Nee, nee. Das ist wahrscheinlich nicht meine Aufgabe, aber ich mache es zu meiner Aufgabe, weil das geht natürlich nicht. Guck mal, wer da ist. Die Gegner sind hier aber echt nicht ohne. What the fuck? Das ist doch eine geile Gegend, ey. Oben, der OP-Bogenschütze. Unten wirst du gleich von hinten einmal kurz hallo. Ich hole mal kurz die Runen hier vorher wieder. Damit wir die nicht gleich im Fiesen suchen müssen. Da sind auch noch Sachen. Oah. Golden Rune. So, da könnte gleich noch was sein. Rippe die Rippe. Rippe die Rippe. Da ist auch noch was dann. Und dann da. Da ist noch eine. Und wahrscheinlich da. Wir gucken uns das mal in Ruhe an. Erstmal machen wir das hier. Nein, 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 nein. Oh. Möschel. Ja, und hier ist dann der letzte. Archer Hit, therefore time for range battle. So. Wir wissen zumindest schon mal, wo die beiden sind. Das ist mega gut. Und hier ist das. halt das Pferd da noch nicht. Das ist das Problem. Okay. Ja, hier gibt es noch nichts zu holen. Dann wollen wir mal. Ich würde vorschlagen, erst zu versuchen, die Kerzen zu entzünden und dann nochmal auf Gegnerjagd zu gehen. Dann kommen wir da zum Beispiel hin. Das ist nicht so without. Ah, die Gegenstände sind weg. Sehe ich das richtig? Das ist nicht so without. Archerhead. Ja, da ist er gleich. Das stimmt. Was willst du mir jetzt sagen? Jetzt müssen wir dorthin. Wie kommen wir dort hoch? Da ist auch noch ein Gegenstand auf dem Dach. Oh, fuck. Wie kommen wir denn hier drauf? Siehst du was? From the close nature. Wir haben alle vier Kerzen. A seal was broken in town. Jetzt darf ich die nicht mal mehr besiegen? I hate this. No! 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 Ich hätte die besiegt. Bei dem einen hat man die Strategie gesehen, bei dem anderen habe ich einen von zwei besiegt. Mehr kann ich jetzt nicht mehr sagen. Mehr kann ich nicht tun. Alles nur eine Frage der Zeit. Genau so ist es. Na klar. Travel to the other location. mich. Mikela's. Heal mich. tiri. Michela. Heißt die Michela? Die, gegen die wir kämpfen? Ich dachte, die hieß Milena. Oder Malina. Oder wie auch immer. Ich kenne sie ja nicht. Oh Gott. Soviel zum Thema. Wir haben die Story nicht verstanden. Das ist nicht schlimm. Da. Wir haben schon einiges verstanden. Okay, der gibt. Die geben ja dicke EP. Kann man ja schön leveln, wenn man will. Immer wieder da laden. Kurz 8000 Runen holen. Hat sich From Software schön ausgedacht. Oh nein. Luftblasen. Nein. Hm? Die waren in der Hauptstadt schon, ne? Diese Dinger. Ei, 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 ei. Aber schön verwinkelt. Der heilige Tree. Death ahead. Oh, das ist ein großer. Der lässt sich nicht so... Uuuuh. Weise Voraussicht. Death ahead. Tod voraus. Miguel. Ja, das geht auch schneller. Und stelle sich mal vor, wie viel, wenn man jetzt wollte. Pfff. Jetzt ist die Farbgebung gerade so schön. Der Witzmann grinden könnte hier. Ich kann auch Leute runterschmeißen. Du Arsch. Ich bin... Ich bin... Äh, Ameisen. Suffering required. Na dann. Pass auf, das geilste an dem Endgegner wird sein. Er ist extrem schwer. Und dann muss man immer diesen Weg über den Baum dorthin laufen. Um ihn erneut... Um ihn sich erneut töten zu lassen. Oh. Jetzt haben die überall Blubberblasen. Schlecht. Interessante Idee schon mal bei FromSoftware bevor. Oh, die gucken eigentlich ganz freundlich. Man muss hier viel Geduld haben. Ist that half as wild? Ich wette, es gibt auch coole Shortcuts, wenn man sich irgendwo runterfallen lässt. Ah. Hier kommt ihr her. So, wir haben den Basisstamm erreicht. Ich trage die vielen Runen immer weiter von mir fort. Wenn ich denn dann doch mal sterbe. Da sieht es doch schon kasselig aus. Ih, Rott. Wow. Da hat aber einer... Fuck. Das ist gar nicht mal so schwer, wenn man das vorher sich anguckt. Sie tötet eigentlich ganz freundlich. Auch nicht schlecht. Ja. Also wir nehmen die drei. Den Rest versuchen mal zu laufen und auszuweichen. Ganz einfach. Hier könnte man auch drauf springen. Das mache ich... Später. Fuck. Fuck. Nein! Ah, scheiß auf Wunder. Ich spiele jetzt leicht ungeduldig, weil ich sie tatsächlich noch als Gegnerin sehen möchte. Komm, 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 komm! Das war doch so knapp. Kann ich hier mein Pferd summonen? Treehouse of Horror. Nee, es geht. Es ist, äh, nur ich möchte jetzt gerade ne, Pferd gibt's nicht. Verdammt. Ich glaube, es geht schon da, wo ich es gerade versucht habe. Man muss nur ein bisschen später abspringen. Also nicht da, wo ich es jetzt versucht habe, sondern davor. Da kriegst du eine Meise. So, erstmal nur Ruhnen aufgesammelt. Pro Strat. So, und wenn man jetzt hier weit genug geht, dann ist es auch überhaupt kein Problem, da runterzufallen. Uh, unangenehm. Jesus! Lohnt's ja mehr, das Item einzusammeln und wegzurennen. Die sind nicht schwer. Das hat nichts mit Fokus. Also, was, wie, was wollt ihr? Ich kann das ganze Level clearen? Oder ich kann versuchen, zu ihr hoch durchzurennen. Ihr könnt ja abstimmen, aber ich mach jetzt keine Abstimmung. Das dauert alles zu lange. Wir haben doch keine Zeit. Es ist doch nur noch eine Stunde. Mach langsam. Die ist nur ein Stück. Na dann. No jumping. Gut, das will man anscheinend nicht. Man will da hingehen von dort dann. Okay. Ah. Scheiße. Scheiße. Das ist doch alles. Das ist doch nicht so, die sind doch... die ist nehm. Oh, wir müssen uns beschäftigen. Ich muss ja hier sein. Okay. Das ist doch. So, das ist ja hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für kleine Mimics. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, kommt alles. Alles zu seiner Zeit. Ich hab sogar auch schon neue Emojis zumindest in der Idee. Dafür werd ich demnächst dann mal ein Goal wieder setzen. Dann gibt es noch mehr Emojis. Zum Beispiel, ich find ja, äh, gut, diesen, diesen Affen, der dann so macht, den brauchen wir unbedingt zum Beispiel noch. Aber halt nicht als Affen, sondern halt als Affe. Ähm, sowas. Oder Jagge brauchen wir zum Beispiel auch einmal. Ja, 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 genau. Ja, ja, ja. Dann kommen Subscriber-Badges hier für zwei Jahre, ein Jahr, sechs Monate, dass die anders aussehen. Das machen wir auch. Da sind wir uns nicht zu schade. Okay. hier, 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 Noch ein bisschen Abwechslung. Geil. Uah! Arschgeige. Kacke. Was war das denn? Das, die, die schlimmsten Cold-Agro-Ameisen aller Zeiten gemacht. Das hat ganz knapp bei beiden nicht gereicht. Uah! Wie viele Close Calls hatte ich denn jetzt hier schon mit dem Runterfallen? So. Links. Idem. Oh, stopp, stopp, stopp. Was? Wer macht das? Wer ist das? Unangenehm. Wie wär's mal mit heilen? Kann ich da rüberspringen? Muss ich da rüberspringen? Oh, nein. Nicht, nicht locken, Michael. Nicht? Gott. So fucking Firegrease, diese Mist hier. Falsche Reihenfolge, falsche Reihenfolge. Nack! Jesus. Ich hätte das Item anspringen sollen. Also auf die Runen scheiße hier. Das ist ja echt, das ist viel zu hohes Risiko. Ist ganz geil. Ich habe einen Eindruck, wie stressig so ein Baum sein kann. Ich hätte ja sein können, dass das geht. Dann muss man da runter springen. Ich muss ihn nur kennenlernen. What? Da bin ich doch vorher auch runtergesprungen. Frechheit. Die Sache ist ja die, ich weiß jetzt schon, dass ich hier kein Item finde, was ich nochmal irgendwie super spannend finden werde. Was schade ist, aber was nun mal so ist. Ich bin hier doch eben einmal runtergesprungen oder irre ich mich? Ich irre mich nicht. Ich irre mich. Hier war es. Wow. Ja, ist nicht schlecht gemacht. Die ganzen Tode sind jetzt nur wegen der Items, die halt leuchten. Ich könnte auch einfach den Hauptpfad runterlaufen die ganze Zeit schon. Oh Gott. Gibt zwei Tasten, die darf man hier nicht drücken. Springen und ausweichen. Was geht eigentlich mit den Ameisen? Ich kann das genauso wie die Ameisen selbst. So, jetzt kam diese Kacke. haben wir erfolgreich einmal gedodged. Jetzt kommt es gerade fucking rot. Ah, easy peasy peasy. Ich sag doch, man muss einfach nur den Weg. Es sind immer die Items. Das sind immer die Items am Ende. Die einen ins Verderben treiben. So, ich räume das später noch auf. Versprochen. Aber heute habe ich andere Ziele. Uah. 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 Gehe ich jetzt hier hoch. Diese Wurzel-Heinis waren auch Untertage, ne? Ach, da ist der Große. Ja. Du hast mich jetzt leider gerade verpasst. Shit. 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 Try down. Ja, 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 ja. Mhm, mhm, mhm. Okay. Kann man machen. Was ist da? Schafft man das? Schafft euer Ava diesen Sprung? Na klar. Pearl Drake Talisman. Non-Physical Damage Negation. Wir haben schon was gegen Magie und jetzt Non-Physical Damage. Behold Revenge. Was ist denn diese Dame gleich? Oder dieser Gegner für ein Schadenmacher. Wissen wir ja auch noch nicht. Da unten ist ein Gegenstand. Hm. All right. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein! Oh, knapp. Ähm. Nur für die Aeonien Butterflies war ich jetzt hier. Okay. Hier geht's nicht hoch. Aber hey, wir haben Aeonien Butterflies. Ich wusste es. Was ist das? 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 Das ist das, was ist das, was ist das, was wir haben. Fuck my life. Mispigatten Shortbow. Ancient Dragon Smithing Stone. Ist auch für irgendeine Waffe das Endstadium. Schön. So rein vom Waffenscaling sind wir Richtung Endgame unterwegs. Wer macht denn hier immer diese magische Scheiße? Toll wie du es absichtlich knapp machst. Wow. Wow. Wer kommt hier jetzt? Oh. Die nächste. 48.000. Und wie viel haben wir hier? Das reicht glaube ich nicht. Jetzt gehe ich natürlich trotzdem den Weg, weil ich bescheuert bin. Das reicht vorn und hinten nicht. Das reicht glaube ich doch. Glück gehabt. 3.000 Mauer noch. Das reicht. Ich vermisse Mimic. Oh. 11. Stell dir sich vor, wie oft ich jetzt schon gestorben wäre, wenn ich nur einen Lebenspunkt weniger hätte. Später noch ein Item. Ah. Oh. 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 Ich sag noch nicht springen, nicht rollen. Was mache ich? Rollen und danach springen. Diese Äonien Butterflies scheinen ja mega wichtig zu werden. Wahrscheinlich muss ich irgendwas craften, damit ich im Kampf gleich eine Chance habe. Das läuft prima. Ja. Nö. Das ist jetzt diese Kacke. Da weiß ich nicht was. Da weiß ich nach wie vor nicht, was ich hier machen soll. Autsch. Ah. Wahrscheinlich einfach er hier, ne? Schnecki. Und jetzt ist Bubensee. Genau. Okay. Dann wird das genauso sein, dann bei dem anderen. Waaaah. 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 Hm. Ah, ok. Oh. Intuitiv. Geil ausgewichen. Jesus, wo kommen die denn jetzt alle her? Da hat doch jetzt kein Mensch den Nerv für. Ja. 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 Jetzt wieder die Frage, wie viel bringt, ich mach erstmal bei Great Rune wieder Radar rein, wie viel bringt die Heroes Rune 4, wie viel Rune? Ich hätte eine Golden Rune 10, das sind glaube ich 10.000 oder 8.000 und eine Heroes Rune 4, eine Abundance of Runes. Wenn das mal einer kurz googelt und es reicht und es irgendwie 40.000 sind, dann würde ich nämlich noch ein Level Up machen. Ansonsten eher nicht. Tatsächlich 30.000, hi Bigby, vielen Dank für die Info, dann sind wir bei 72.000, man könnte das schon machen, das ist halt jetzt dann nicht so geil. Dann würde ich mich nochmal hier hin porten, immer diese drei Anfangsdinger machen, die bringen 1800, dann mach ich die sechsmal, nehm die Heroes Rune und die anderen, dann wird es reichen. Findet ihr jetzt bestimmt alle scheiße, deswegen lasse ich es. Und falls ich sie dann doch alle verliere, muss ich halt einmal so ein Level Up irgendwie nachgrinden. Klingt spannend, deswegen genau. Deswegen lasse ich es. America, America, the summoning pool is now functional. Ach, da ist ja. Ist sie das? Sind wir da? Ist es das? Erstmal kommt Loretta. Hi Loretta. Oh, du kommst geritten. Kann ich auch reiten? Ich darf nicht reiten. Das ist ja fett. Gefühlt haben wir da auch schon gegen gekämpft. Das ist ja fett. Oh, du kommst geritten. Euer Star ist zurück. Wahrscheinlich muss ich zwischendurch trotzdem ausweichen. Shit! Mensch, das war ja unser Bogen. Die Loretta will bestimmt auch mal den Mond ansehen, ja? Ich bin aber selbstbewusst, dass das zu schaffen ist. Wir haben auch eine wunderschöne Lichtstimmung für diesen Endkampf. Oh, wow. Okay. Hi, Freunde. Mit euch wollte ich nichts zu tun haben, bitte. Okay. 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 Und zum nächsten Mal. So, da können wir uns eine Strategie angucken, abgucken. Ganz nah ranlaufen. Und Bleedschaden machen. Das ist natürlich gemein. Loretta's Mastery und Loretta's Warcicle. Die können wir direkt mitnehmen. 240.002 Level-Ups. Hey. Hey. Das war's. Das war's. So nah an einer Truhe vorbei. Nein! Das war's. Was ist hier? No enemy. Precious. Precious item. Ancient Dragon Smithings. Und hier haben sie ja alles von diesen Dingern versteckt, die man zum upgraden braucht. Sehr gemein. Das heißt, hier muss man quasi vorbeikommen. Hier. 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 Hossa. Cool. Cool. Sieht das schön aus oder sieht das schön aus? Ich mein Hallo. Wo? Da steht schon jemand. Das Empfangskomitee. Ja. Du kannst hier nicht vorbei. Ja. Das sieht eher groß aus. Dem stimme ich zu. Und ich mach keine One-Shots. Es sind Two-Shots. Das heißt, hier sind wir an uns physisch schon durchaus richtig. Ich erinnere mich sehr an Anor Londo aus Dark Souls, diese Stadt hier. Oh, da unten geht ein Urtree-Sentinel auf dem... Das ist ja fast wie in Dark Souls 1 der erste Endgegner. So. Und da waren immer Items versteckt. Richtig nervig. Da... Bloodborne dann später auch. Ah, hier ist noch ein Gang gewesen. Hallo? Oh. Eine Versammlung. Eine Güte, eine Rune. Boah, hier levelt man auf einmal so schnell. Was soll ich sagen? Der pennt doch. Und das war bestimmt gut, das vorher zu machen. Ansonsten hätten die einen hier von oben beschossen. Die machen hier doch nur Picknick. und wir sind gnadenlos. Und wir sind gnadenlos. Lightning Red Bond. Der war so vertieft in seinen Wein. Gleich habe ich Feierabend. Gleich kann ich das Weinfass öffnen. Wieso bringe ich hier eigentlich alle um? Die machen überhaupt nichts. Die sind eigentlich nur... Machen hier Dienst nach Vorschrift? Wir sind mal wieder das grausamste Übel. Wie mache ich es jetzt? Wenn ich die beiden von hinten... Was wird es sein? Triple Rings of Light? Leider nicht für uns. Why is it always magic? Ist ja nicht wirklich magic. Ist ja Faith. Quatsch. Faith. Oh. Kennst du schon Rani's Dark Moon? Der soll sich nicht so viel aufregen. Sag ich ja immer. Oh Gott, ich glaube ich habe es so nicht einfacher gemacht. Na ja, guckt ihr auch das Feuerwerk? Hier ein paar, ne? Ja. Wir werden jetzt wir wieder. Mach Desweig, bleph. Wir haben einen Sch-, wir sind ja. Wir vor allem. Boom. Wir brauchen dich gerade noch eine Beck. Tsch- into. Wir brauchen einen Sch- ich wissen. Wir brauchen diese Memberaveattie. EC- Deutschland Letten unsere alte Sch- ich in Ordnung. Nein. gibstes eine SG-1- eine S-Karte-3-5-3-4-4-4-5-4-4-5-4-5-4-5-6-3-9-5004-3-4-4-4-3-5-4-5-5-6-5-4-4-5. Seatbed Curse? Schlüsselitem. Haben wir zwei von. Curse grown on a body defiled by the dung eater. Die müssen wir auch irgendwo abgeben. Und ich weiß wieder nicht. Und hier haben wir auch Golden, diese Valkyries Prosthesis. Warum auch immer wir die schon haben, wo wir doch... Oh. Ihh. Wie unangenehm. Will ich hier jetzt runterspringen? Mit 79.000 Runen? Ach. Hm. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass man hier jetzt runter geht, sondern dass man tatsächlich da runter geht. Das ist aber doch eine Falle. Oder man kommt da dann auch in den gleichen Raum. Oh, ganz schwierig. Es gibt da eine Sache, die man mal ausprobieren könnte. Und zwar Light shows the past, but without order. Grace Mimic. Consumable. Bei den Steinchen. Das muss ich mal ausprobieren. Äh. Was ich aber meinte, war was anderes. Nämlich, dass ich hier einen meiner meiner Zweige benutze. Das heißt, falls ich jetzt sterbe, das nicht ganz so böse endet und wir die 79.000 Runen behalten. Da ist auch ein Gegenstand. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ihhh. So ein Viech ist da gewesen. Ach guckt, hier wären wir jetzt runter gefallen stattdessen. Das war so klar. Jetzt weiß ich auch, warum Bobby die hasst. Ach, zwei? Zwei dafür gibt's auch. Ich hab auch zwei. Da. What? Was ist denn roll? Weißt du, was jetzt gerade geil wäre? So mit 150.000 Druhnen Zurückporten Aber brauche ich ja nicht, ich habe ja einen Ast Da bricht sich auch keiner einen Ast ab Genau, der ist auch immer Er hat halt auch immer Bock, ne, im Vergleich zu mir Er ist schon echt gut dabei Man muss ihn einfach, lasst uns ihn einfach loben Er ist schon auch gut dabei Ich habe mir den gut freigespielt Und wenn ihr denkt, dass es einfach ist Dann macht es genauso Auch Und dann merkt ihr, so leicht ist es auch nicht Es ist leichter Aber halt auch nicht so ultra leicht So, was haben wir jetzt hier Dem Marikas Source Seal Marikas Source Seal Hm, ob ich den Ast Dafür wegmache? Ah, das ist auch wieder so ein Ding Greatly Erases Attributes But also increases Damage Decken Und davon darf man nur zwei nehmen Habe ich das richtig verstanden? Okay Hm Gut Hier geht es nicht weiter Kann ich ihn nicht noch heilen? Das wäre noch gut Ich habe nicht mehr so viel Tränke Deswegen mache ich jetzt kein Licht an Aber hier ist es dunkel Beast Blood Auch das musste man Ne, das musste man nix abgeben Das ist glaube ich für Crafting Schmutz Hm Da ist nochmal einer Bist du noch da? Gut Da, hallo Aus der Nummer komme ich nicht raus Ja Und ich sage es noch Aus der Nummer komme ich nicht raus Dann schlage ich zu Und dann verzögert es so eklig Was für ein Scheiß Uah Uah Ich rede mir jetzt ein Dass das ganz einfach ist Und ich sage es so eklig Ich sage es so eklig Okay, ich sage es so eklig Das war's. Das ist schwer einzuschätzen, wo man hier jetzt überall schon war. Ich war auf jeden Fall in den Gängen links. Ja, ich glaube dir, Bobby, dass... Die Frage ist aber eher, warum du keinen Mimik hattest. Den spielt man doch vorher frei. Das hilft halt, wenn man das Spiel in der richtigen Reihenfolge spielt. Fängst Super Mario World ja auch nicht in Bowser's Castle an. Oof, fucking move. Nun? So, hier ist eigentlich richtig, ne? Komm raus. Das ist mit. Hier flattert irgendwo was. Hört ihr das auch? Hier ist irgendwo so eine Asher of War. Asher of War. Oh mein Gott. Sie muss direkt in mir sein, so laut wie die ist. Ja, da unten ist der Spaßfaktor. Wo ist... Wo ist das eh schon vor? Nein, da war doch ein Item drin. Kaum. Warte. Stattdessen wird hier Sightseeing machen wir hier. Ich weiß ja, die Stadt kommt mir auch gerade so vor, wenn ich das jetzt nicht on stream spielen würde, würde ich mich doch hier gerade bis Level 200 hochleveln bei den Runen, die die Types geben. Das macht ja total Spaß. Die sind ja nun wirklich nicht schwer. Und geben alle 2500 Runen. Da ist noch so ein Erdenkönig vor der Tür. Da! Oh Gott. Krieg ich den platt? Mit der richtigen? Ne, krieg ich nicht. Bin ich... Krieg ich nicht. Oh, da kann man auch reinflattern. Warte mal. Da flattern wir mal richtig. Ich dachte, der steht mit dem Rücken zu mir. Oh fuck. Keine Panik auf der Titanic. Shit. Macht der denn jetzt so einen Stress? Hm. Jack Martin! Hab ich schon gefragt, wo du die letzten Male warst. Grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Oh, hier drin noch was verloren. Spirit. 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 For the moon. Nice. Schon wieder 127.000 Euro und ich hab schon wieder ein Level ab. Die Frage ist, wie kriegt man es jetzt nach Hause? Hier wäre von der Entfernung eigentlich mal so ein Ding gut. Ach, wie praktisch. Dann muss ich da ja nicht reinlaufen in euren Ambush hier. Da bin ich ja genau richtig. Da will man da ja gar nicht runterkommen. Das wäre höchst unpraktisch. Was haben wir hier? Hadek Tree Soldier Ashes. Bei unserem Kumpel können wir auch tatsächlich weh schwören. Los! Ach, ich dachte er schlägt nochmal von hinten so. Okay. Okay. So, hier von der Seite zu kommen ist schon mal richtig. Was ist jetzt hier? Kommen wir hier hoch? Ja, kommen wir. Und jetzt geht er wieder weg. Was für ein Hans Wurst. Da können wir hinspringen. Puh, hier gibt's... Hier gibt's... Oh, da unten gibt's auch was. Und da ist ja der Erdenkönig. Nein, er ist weg. Hm? Hier so ein Jump, so ein Trick Jump nach da links. Und... Aber da... Von da kommt man dann ja nicht weiter. Das ist also Unfug. Hier ist nochmal ganz vorne. woanders. Da unten. Da ist ja die... Die Gosse, wo dann die... Die Nightcrawler da kommen. Da wollen wir auch nicht hin. Da oben ist der Weg zu dem anderen. Äh, Tree Sentinel. Wichtig wäre hier tatsächlich dahinter zu kommen. Ich glaub der Kampf ist ansonsten gar nicht mal so angenehm. Also da runter zu fallen ist trotzdem nicht blöd. Ja. Ja. Tschu. Er leg noch einmal. Das da natürlich die Steinkante ist. Wer soll das wissen? Ja. 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 Nein. Ja. Nein. Okay, lassen wir das. Oh, this was a mistake. Shit. Das ist ja gemein. Okay, wir porten uns nochmal zurück und versuchen den Run nochmal zu den Seelen. Ah, wie machen wir das denn jetzt? Oh, ist ja auch vorbei. Ob ich diese Seelen jemals wieder sehe? Seht ihr in der nächsten Episode von Elden Ring. Mal gucken. Donnerstag ist Tunic. Ganz wichtig. Da weiß ich, glaube ich, wie es weitergeht. Wie es auch zum Ende geht. Wenn es dann schnell vorbei ist, können wir danach Elden Ring spielen. Ansonsten ist nächsten Dienstag, glaube ich, erst Start. Oder halt nach Back4Blood am Samstag, 22 Uhr. Höchstwahrscheinlich, aber erst in einer Woche. Ganz genau werdet ihr es nur wissen, wenn ihr euch den Streamplan anguckt auf dem Discord. Aus dem Zeichen Discord. Vielen Dank für den großartigen Support an alle. Hat richtig Bock gebracht. Hat Spaß gemacht. Wir haben viel gesehen. Ich glaube, das war eine abwechslungsreiche Geschichte. Und wir gehen jetzt alle schön ins Bett, damit wir morgen ausgeschlafen weitermachen können. Seht ihr, da habe ich auch magische Steine. Glintstone. Da, 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 da. Bam, 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 bam. So, da reden wir jetzt aber noch schön. Vielleicht finden wir jemanden, der Elden Ring spielt und nicht so weit ist wie wir. Das finde ich immer am schönsten. Wir gucken mal. Wir gucken mal. So, damit ihr auch zugucken könnt, könnt ihr Bup, Bup, Bup machen. Dann seht ihr erstmal nicht. Ne, ne, wir wollten ja Elden Ring, genau. Elden Ring auf Deutsch. Elden Ring Endboss, das auf keinen Fall. Mhm. Das sind ja wir gewesen hier. Neuer Charakter. Elden Ring nervt gerade ein wenig. Da helfen wir. Da helfen wir. Wenn er nicht so weit ist. Müssen wir jetzt gucken. Raid Sarkasmus machen wir also. Dem erklären wir mal, dass das nicht so schlimm ist alles. Es sei denn, er ist weiter als wir. Dann muss ich den Raid abbrechen. Was? Ne, sieht nicht so aus. Let's go. Viel Spaß. Liebe Grüße. Okay. Gibt es hier noch irgendwas? Wurufe. Also noch nicht. Jetzt gehen wir am Hand Royale. Wir gehen, um jetzt los. Wir哈哈 noch mit dem wiegen, das auch im Mund. Aber im Hause kann es unseren egal dran bi Cs獲 appears,